Heute reden wir im Jedi-Cast über das erste Riesen-Crossover im Marvel-Star Wars-Universum namens War of the Bounty Hunters. Ob das Crossover insgesamt eine gelungene Premiere war und warum manche Wiederholungen am Ende etwas zu viel wurden, erfahrt ihr in dieser Ausgabe ausgelesen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jedi-Cast. Heute mit Lukas, Florian und Special Guest Matthias. Hallo! Hallo! Ja, freut uns. Und Matthias als designierter Marvel-Rezensent bei unseren Marvel-Mitwochen ist heute da, weil wir über den War of the Bounty Hunters sprechen. M&M's. Genau, von den M&M's. Ist heute da, weil wir über den War of the Bounty Hunters sprechen wollen. Also das große Comic-Crossover-Event, was von Mai bis ursprünglich geplant Oktober, jetzt November lief, weil sich ja ein paar Sachen verschoben haben. Und ja, neben der War of the Bounty Hunters-Reihe, die extra dafür erschienen ist, auch vier One-Shots mitgebracht hat und in den klassischen laufenden Reihen Darth Vader, Star Wars, Afra oder Dr. Afra und Bounty Hunters auch quasi dazugehörige Erzählungen, Überschneidungen, wie halt bei einem Crossover üblich, erzählt hat. Ja, also ein sehr großes angelegtes Marvel-Event, was die letzten sechs Monate ungefähr gelaufen ist. Genau, jetzt steigen wir wie immer ganz kurz spoilerfrei ein. Das Problem ist halt, bei dem kann man sehr wenig Allgemeines reden, weil es einige Enthüllungen direkt zu Beginn des Events gibt. Aber was wir auf jeden Fall schon mal spoilerfrei abhaken können, ist, was unsere ersten Erwartungen waren, als das ganze Ding angekündigt wurde. Also, es hieß, hey, es gibt da ein Crossover, das dreht sich irgendwie drum, was mit Han Solo passiert ist zwischen Episode 5 und 6. Naja, das war ja nicht unbedingt das, was direkt gesagt wurde. Es hieß, erst mal, es ist eine Boba-Story. Okay. Und ja, The Mandalorian hat bei mir viel getan, um Boba als Figur zu rehabilitieren. Ich meine, der war schon immer cool, klar, aber ich konnte über die Coolness hinaus der Figur wenig abgewinnen. Und da hat halt die zweite Staffel The Mandalorian noch ein bisschen Tiefe der Figur gegeben, soweit Mandalorian das halt macht. Und ich meinte, okay, vielleicht, aber ist das Ganze nicht ein bisschen zu groß angelegt, war dann so meine Befürchtung. Was soll, da Darth Vader drin, was sollen, Bounty Hunters und Aphra, was soll das Ganze jetzt plötzlich da mit Boba Fett und einem gestohlenen Han Solo? Also, ich war sehr skeptisch, kann man mal zusammenfassen. Ich würde mich auf die skeptische Fraktion sozusagen mit einstellen. Bedingt auch durch dieses, meiner Meinung nach, sehr, sehr schlechte Crossover, das es damals zwischen Aphra und der Hauptreihe gab, wie die Schein-Citadelle. Ja, das fand ich ja kauflich. Eine Allianz auf Zeit, heißt das auf Deutsch. Und ich hatte nicht viel erwartet, aber ich denke, das ist besser gelaufen als gedacht. Dem würde ich mich auch anschließen. Ja, definitiv. Angekündigt wurde es ja mit diesem Teaser-Bild damals im Februar, was den Untertitel Boba Fett Nowhere to Hide hatte. Und ja, da war ich vorsichtig neugierig, weil wir sehen da Boba in dieser stärlernen Silberoptik und mit diesem Speer und konnten noch nicht ganz wirklich sagen, was da auf uns zukommt. Und ich zum Beispiel war jetzt auch nie wirklich ein großer Boba-Fan, da hat die zweite Staffel Mandalorian auch nichts dran geändert. Aber ja, ich war vorsichtig neugierig, kann man sagen. Nicht so skeptisch. Ja, ich kann mich nur erinnern an die Frage, die da halt gestellt wurde, ob wir, wer sich nicht schon immer gefragt hat, was mit Han Solo zwischen Episode 5 und 6 passiert bei irgendeiner Marketingfrage. Da hab ich gedacht, ich nicht. Also, das war halt auch meine Reaktion zu dem E-Bild. Ja, genau, also, das war so ein bisschen die Enttäuschung, beziehungsweise die Skepsis, die ich wirklich hatte am Anfang, wenn ich gedacht habe, das ist eigentlich keine Story, die man erzählen muss. Ich meine, der ist von, eigentlich von Bespin nach Tatooine gekommen. Klar kann man da jetzt Abwege reinpacken, aber braucht man das unbedingt. Da hatten Legends auch ab und zu, wenn man. Ja, also, da war ich ein bisschen skeptisch, aber ja. Jetzt war das ja eher schlecht. Das kam für mich wieder dieses alte Gefühl auf, bei den Legends war ja auch mal alles, jede Sekunde vollgestopft und überall musste doch was reingezwängt werden. Und das war auch so ein Punkt, das wäre jetzt nicht notwendig gewesen, aber gut. Nee, notwendig war es bestimmt nicht, aber wir können ja gucken, ob es zumindest letzten Endes all diese Punkte wert war. Was ich jetzt sagen wollte, vom Aufbau her, weil du vorhin auch Screaming Citadel angesprochen hast, das war ja ein Crossover zwischen zwei Reihen, genau wie davor auch Vader Down. Vektor damals bei Dark Horse war ein bisschen größer angelegt, aber letztlich ist es das erste Mal, dass wir ein riesiges Crossover im Stile der Marvel Superhelden Comics haben. Und ich glaube, da ist Lukas auch ein bisschen belesener. Vielleicht magst du was dazu sagen. Ja, also, es hat ja auch eine eigene Miniserie gehabt, die ja dann auch immer von mir rezensiert wurde. Und spätestens seit Civil War 2006 beim Marvel Verlag sind ja diese Crossover jedes Jahr gang und gäbe und zeichnen sich dadurch aus, dass es eben eine Miniserie gibt, in der die für alle Reihen relevanten Hauptinformationen, also die Hauptstory abgehandelt wird. Und dass es dann überall in all den anderen Heften der jeweiligen Reihen eben zu den Figuren dort Ereignisse gibt, die zu dem Event gehören. Und das Logo des Events ist auch mit auf dem eigentlichen Heftlogo, so hatten wir es ja jetzt auch hier. Und das ist eben eine Struktur, die sich dort ziemlich bewährt hat, die dann aber auch mit der Zeit, ja, immer größer aufgefahren wurde. Und es hat sich dann auch eben irgendwann abgenutzt, dass eben jedes Jahr so ein großes Event da passieren muss. Bei Star Wars gab es das allerdings so noch nicht. Und deswegen war ich gespannt, was da auf uns zukommt, als dann klar wurde, okay, es gibt wirklich eine Miniserie und es gibt die Tie-Ins, also die Storys, die zu den eigentlichen Reihen gehören, aber dann das Event eben dort weitererzählen. Und man hat im Prinzip also die Struktur der großen Marvel-Crossover hier wirklich erstmals angewandt. Jetzt ist die Frage, die sich mir stellt oder die vielleicht wir den Leuten mitgeben können, wenn sie sagen, oh, es klingt eigentlich gar nicht so schlecht, so Crossover kenne ich aus anderen Universen auch. Was muss ich denn lesen? Also wenn ich jetzt unbedarft rangehe, gibt es da irgendeinen guten Einstieg, wo ich sage, fangen wir da an? Oder von manchen Reihen gewisse Hefte vielleicht oder ich weiß nicht, gibt es da so Vorschläge eurerseits jetzt? Also ich denke mal auf jeden Fall die Hauptreihe, würde ich sagen, also die Miniserie quasi. Die Event-Miniserie, ja. Ich hätte dazu was zu sagen, aber ich lasse jetzt erstmal den Lukas vielleicht auch gerade da weitermachen, wo er aufgehört hat. Naja, also wenn es einen Startpunkt gäbe, dann natürlich das Alpha-Heft, das im Mai erschien. Das Schöne daran war, dass es eben eine Art Prolog für das Event erzählt hat, für den man keinerlei Vorkenntnisse brauchte. Also man kann mit dem Heft gut einsteigen, weil alles, was man wissen muss, ist eben, dass Boba Fett Han Solo am Ende von Episode 5 aus der Wolkenstadt mitnimmt. Und später hat das Event ja, also es bringt ja dann natürlich die ganzen Charaktere zusammen, die man nicht kennt, wenn man die Reihen nicht unbedingt vorher gelesen hat, wie Dr. Afra und Valance bei Bounty Hunters. Ja, und das Alpha-Heft war eben ein schöner Prolog, weil es noch einen übersichtlichen Rahmen hatte, weil es sich nur um Boba drehte und die Frage, was macht er direkt auf dem Weg zu Jabba, was bringt ihn da vom Weg ab und ja, gehört das schon in den Spoiler-Teil, wie verliert er dann letzten Endes Han eigentlich? Meinst du, man sollte die Einzelhefte in der Reihenfolge lesen, jetzt wie sie veröffentlicht wurden? Auch im Hinblick darauf, dass es in Deutschland ja eine andere Verdehnungsweise geben wird? Also ich fand die Lesereihenfolge eigentlich recht gut, so wie sie war. Heißt, du würdest im Sonderband zu Star Wars oder zu Kopfgeldjäger nächstes Jahr als deutscher Leser immer die Hefte einzeln rausblättern und nach unserer Datenbank oder Erscheinungskalender, wie auch immer, gehen und die Einzelnen durchlesen? Also wenn man es dramaturgisch ideal lesen möchte, dann ja, würde ich das so empfehlen, auch wenn es natürlich umständlich ist. Das war nämlich der Punkt, auf den ich ja auch dann kommen wollte, nämlich, dass ich glaube, dass das nicht notwendig ist. Also ihr seht schon, beides ist möglich, denn letzten Endes hat Panini die Miniserie Krieg der Kopfgeldjäger ja schon seit September, also mitsamt dieser erwähnten Alpha-Ausgabe, auch mit der Darth-Vader-Reihe jeweils schrittweise in dieser monatlichen Heftreihe ab Star Wars 74 und das wird dann noch laufen, glaube ich, bis 77, wenn ich das jetzt gerade richtig im Blick nehme, länger, 79, heißt bis Februar. Und das Schamante daran ist letztlich, das Haupt-Event bekommt man mit, man bekommt auch die Darth-Vader-Serie so schrittweise mit, wie man sie mitbekommen sollte und ich glaube, alles Weitere lässt sich besser in einem Rutsch lesen und man erkennt dann die Ereignisse vielleicht aus der Hauptreihe wieder, also aus der Event-Reihe, aber ich glaube nicht, dass einem da viel abhanden geht, eben da auch das Crossover-Feel, ja auch Crossover-Szenen hat, die in allen Reihen vorkamen. Ich glaube, irgendwo hat man da vielleicht sogar ein schöneres Erlebnis, wenn man da nicht fünfmal dasselbe Ereignis hintereinander liest, bevor man dann endlich den Spannungsbogen von dem einen Story-Arc weiterliest, aber das ist jetzt letztlich meine Meinung, jedenfalls Panini, wie gesagt, die Heftreihe läuft schon. Ab Januar kommen dann monatlich quasi Sonderbände und Sammelbände auch zum Glick der Kopfgeldjäger aus Afra, Vader, also Vader ist dann der Sammelband, Star Wars, Kopfgeldjäger und auch den sogenannten Companion oder Begleitband, das sind dann die One-Shots mit IG-88, Zuckos und 4LOM, Jabba und wen hatten wir noch, Bush? Bush. Bush, 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 ja. Ja, also letzten Endes geht beides, also klar, wir haben es jetzt alle so gelesen, wie Lukas beschrieben hat, ich denke aber als deutscher Leser muss man sich da keinem, die ist einfach so wie die Panini das hier bringen, die sind ja auch, glaube ich, erfahren darin, diese Marvel-Crossover hier zu Lande zu bringen. Vor allem, weil es wirklich so ist, dass einige von den Helden, sage ich mal, ja relativ spät zur Party kommen, ja, da hat man dann drei Hefte was anderes und dann sind sie zwei Hefte voll in der Action und dann sind sie schon wieder weg. Insofern, das passt und auch mit den Szenen, die sind ja so gewählt, dass man das relativ gut übereinander legen kann. Wie man sich dem auch nähern will, hängt ja auch vielleicht ein bisschen damit zusammen, was man sonst so liest. Ja, jemand, der, sage ich mal, die Afra-Reihe liest, der wird sich dem Thema natürlich dann über Afra nähern. Jemand, der die Darth Vader-Reihe liest, lieber andersrum. Also da ist, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen, außer man liest die Hefte wirklich in der falschen Reihenfolge. An der Stelle würde ich vielleicht einfach mal sagen, es würde mich auch mal interessieren, dann wenn jetzt in den nächsten Monaten die Sachen auch alle auf Deutsch rauskommen oder wenn Leute die englischen Sammelbände lesen, die jetzt auch November, Dezember so langsam auf den Markt kommen und ihr darüber eben Zugang findet, experimentiert mal ein bisschen mit der Lesereihenfolge. Wie, sagt uns, wie es sich für euch angefühlt hat, auch mal zum Beispiel jetzt, wie eben angesprochen, den Afra-Band in einem Rutsch zu lesen, das würde mich wirklich mal brennend interessieren, wenn ihr da in den Kommentaren damit loslegen wollt. Nur zu, wir haben, wie gesagt, durch die Rezensionen, durch die Versorgung auch mit Marvel-PDFs, halt die Erscheinungsreihenfolge gelesen. Ja, also ich habe mich ja für die deutschen Leser der Panini-Heftreihe ins Feuer geworfen und habe nur die Hauptreihe und Darth Vader gelesen oder aktiv verfolgt. Und ich kann sagen, der Spannungsbogen war bei der Hauptreihe oder der Mini-Reihe, beziehungsweise wie sie heißt, gegeben und ich glaube auch schön stringent. Und Vader war dann eher so. Das hat der Tobias jetzt aber nicht nur für die Deutschleser gemacht, sondern auch, weil er der designierte Rezensent für Darth Vader war. Also den Altruismus hier soll man mal ein bisschen relativieren. Ja, das hättest du jetzt nicht noch extra erwähnen müssen. Gut. Natürlich musste ich nicht in die Pfanne hauen. Alles klar. So, genau. Das war es eigentlich, was wir spoilerfrei sagen können zu dem ganzen Ding. Ja, ich glaube die größten Spoiler auch mit dieser Figur, die da auftaucht. Ich glaube, das ist inzwischen auch schon allgemein bekannt, aber wir tun mal so, als wäre die da alle unbedarft. Okay, dann gehen wir jetzt in den Spoiler-Teil und hoffen, ihr bleibt dran, wenn ihr die Comics wie wir verfolgt habt im Erscheinungsrhythmus von Marvel oder kommt zurück, wenn ihr sie dann nachgeholt habt und uns in den Kommentaren berichtet, wie die Erfahrung für euch war. Gut. Hauptteil, beziehungsweise Handlung. Wir fangen mal mit der Alpha an, hat der Luca schon kurz angesprochen. Das ist jetzt auch nicht so überraschend, dass es wahrscheinlich die Ausgabe ist, in der Boba Fett Han Solo verliert, wenn er auf Nasha Dazwischen landet. Wie hat euch denn der Einstieg gefallen? Nasha Dazwischen ist ja recht bunt, aber Boba Fett dann nicht mehr. Ich fand es eigentlich gut. Passt auch, wenn man es hätte machen wollen, eben, sag ich mal, da noch eine Geschichte dazwischenzuschieben, das auf so eine Art und Weise zu tun. Auch wenn ich erwartet hätte, dass er schneller bei Boba ist, bei Jabba ist. Aber ich fand, das hat alles gepasst. Das war von der Stimmung her, so wie wir es ja auch schon in den ersten Hälften der ursprünglichen Serie gesehen haben. Der Piratenplanet, man findet alles. Das ist alles so ein bisschen Cyberpunk-mäßig. Ich finde, das war ganz passend von der Stimmung her. Und was habt ihr zu Boba Fett zu sagen? Zu seinem besonderen Auftreten in der Arena? Ja gut, das war jetzt erst mal dann auch das Auftreten aus dem Teaser da, mit dieser schwarz gefärbten, chromartigen Rüstung, mit der er sich dann auch als Django in der Arena angemeldet hat. Also ich glaube, das Ganze war generell ziemlich viel Boba Fett Wish Fulfillment. Und zugleich hat man die Möglichkeit für eine neue Boba Fett Actionfigur auch gepflanzt. Das passiert ja durchaus, dass ab und zu mal so limitierte Actionfiguren zu Comics oder so gemacht werden. Denn Afra hat ja auch eine bekommen damals. Möchte meinen, dass man das eigentlich für Boba-Fans wirklich sehr attraktiv gemacht hat. Ich selbst zähle mich da nicht so dazu. Und ich muss sagen, dass hauptsächlich, was ich aus diesem Heft mitgenommen habe, waren die Zeichnungen, die, wie du sagst, sehr bunt waren, aber auch richtig gut, also handwerklich gut gemachte Zeichnungen. Hat mir richtig Spaß gemacht, eigentlich unter dem Gesichtspunkt. Also ich muss halt sagen, die ganze Kopfgeldjäger-Thematik, das ist an mir verschwendet. Ja, da schließe ich mich vollkommen an mit den Zeichnungen. Also das Heft hatte ja das große Glück, dass es von Steve McNiven gezeichnet wurde. Oder McNiven. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube McNiven passt schon. McNiven, ja. Der hat ja damals das von mir vorhin schon erwähnte Civil War bei Marvel gezeichnet. Also die Haupt-Event-Miniserie. Und ja, hat halt gepasst als Einstieg. Waren schöne Zeichnungen. Und ich bin ja auch ein bekennender großer Fan von den Covern der Miniserie. Sodass ich es dann ein bisschen schade fand, dass die Zeichnungen selbst weiterhin da von Luke Ross hauptsächlich stammen. Luke Ross ist ja ein toller Zeichner, aber der Kolorist hat ihm diesmal keinen Gefallen getan. Also wenn ich da so an Thrawn oder Darth Maul denken, das war richtig tolle, stimmungsvolle Serien. Aber das hat jetzt irgendwie so das Level gehabt von der Force Awakens-Adaption, die halt wirklich auch furchtbar war, wegen der Kolorierung. Naja, und zum Inhalt vom Alpha-Heft. Ich fand es ein bisschen übertrieben. Wir haben Monster, wir haben eine Arena. So typische Genre-Sachen halt. Ich sag ja Wishful-Filment. Also das ist so wirklich das, was manche Leute halt wollen, wenn Boba reinkommt. Und so wie manche Leute eben diese Szene am Ende von Rogue One mit Vader. Ja, das ist ja auch ein ziemliches Wishful-Filment für Vader-Fans. So Vader-Unleashed. Und ich glaube, das war jetzt einfach hier Boba-Unleashed. Wird in den einschlägigen Fan-Gemeinden bestimmt gut angekommen. Ja, also den Kampf hätte ich auch nicht gebraucht. Das, was ich mitnehme, sind glaube ich drei Seiten. Und das ist da, wo da ein Block halt entführt wird. Oder gestohlen, während er nicht da ist. Der Rest ist halt, ja, sieht nicht schlecht aus, muss man schon sagen. Also es ist schon eine gute Zeichnung. Aber inhaltlich war das jetzt wirklich irgendwie das Schwächste für mich. Einfach, es war halt so, ja. Das muss ich ja sagen, das gilt für mich bei diesen Preludes, diesen Vorspielen, Prologen, wie auch immer, ziemlich durch die Bank weg, dass ich die ziemlich schwach fand. Und die nur so pro forma diesen Event-Titel noch auf dem Cover hatten. Ja, das war halt einfach, es hatte noch nicht viel mit dem Eigentlichen zu tun. Bei Vader schon, aber es war trotzdem schrecklich. Ja gut, es ist halt Vader. Ja, immerhin haben die Preludes ein bisschen die Reihen aus ihrer momentanen, aus ihrem momentanen Story-Arc daraufhin zubewegt. Also, man kann es ja nicht gleich anfangen, das Event. Wobei ich sagen muss, dass die Star-Wars-Reihe da in meinem Gefühl nach mehrere Prelude-Hefte hatte, die waren nur nicht als solche gekennzeichnet. Weil die Reihe kam erst ein bisschen später wirklich in die, erst noch diesen Umweg da gehabt. Ist ja sowieso mehr eine Stippvisite. Und ich hatte auch den Eindruck, die Hauptreihe, also Luke's Geschichte, wurde ja mehr in Darth Vader-Reihe erzählt als in der Hauptreihe. War schon ein bisschen strange. Ja, auch Darth Vader hat ja irgendwie erst noch, auch Vader hat ja erst noch ein paar Umwege da. Ja, mit IG-88 und so, ja. Ja, und der Operanerin, Slime-Hur. Bis auf Aphra hatten alle irgendwelche Nebenqueste, die sie erst mal behandelt haben. Nur Aphra war ja vom ersten bis zum letzten Heft vor Ort. Bounty Hunters war auch ein bisschen näher dran an der Sache, war da auch erst mal ein bisschen vorgeplänkelt. Immerhin da mit Han Solo hatten sie ja dann auch mal die gemeinsame Vergangenheit von Valance und Han Solo aufgegriffen. Das hat zumindest, sag ich mal, thematisch gepasst. Ja, kam aber auch zur Party, als sie im Prinzip in der Auflösung war. Ja, es war, wie Matthias gesagt hat, es sind immer so zwei Hefte, glaube ich, wo wirklich dann auch auf Chakara spielen. Und davor ist immer ein bisschen woanders. Ich war aber auch froh, als sie da wieder weg sind, dann so lange nach. Ja, es war trotzdem irgendwie dann, das kann man auch sagen, es war schon irgendwie fast zu klein. Es war dann zu dörfig, dörfig, dörfig. Du kannst nicht die gesamte Galaxis quasi oder halt den Teil, der uns interessiert hier in diesen Heften, an einem Ort versammeln. Das ist ein bisschen zu viel gewesen, stellen wir. Aber da kommen wir ja gleich noch hin, genauer, wenn wir in der Hauptreihe da sind. Genau, dann ging es ja mit Part 1 los. Boba hat den Block verloren und versucht, ihn zurückzubekommen. Chabba hat gleich angefangen, Kopfgeld auf ihn auszusetzen, weil er gedacht hat, er hat ihn an einem anderen versteigert. Und möchte dafür jetzt sich halt an Boba rechnen. Also Chabba ist da nicht sehr geduldig, aber das kennen wir ja nicht anders von ihm. Genau, und auf der Vermilion wird der Block in Empfang genommen. Da sehen wir aber noch nicht, wer das ist. Kommt das am Ende der Ausgabe schon? Ja, am Ende der Ausgabe. Genau, am Ende der Ausgabe kommt dann die Änderung. Vorher ist es nur eine Kapuze und ein schwarzes Gesicht. Also man sieht das Gesicht nicht. Und eine Frau. Man hat ja Margot schon gesehen, die auch aus Solo war. Die ganze Crimson Dawn-Sache hat es auch schon ziemlich klar gemacht. Ich muss sagen, spätestens als sie diese weiße Kapuze dann gesehen hat, war mir alles klar. Aber ja. Ja, und die wollen Han Solo bei einer Auktion versteigern. Ist das so ein bisschen eigentlich die Handlung, wenn man so will, diese ganze Auktion. Hat euch der Kontext gefallen? Oder hat euch das überzeugt überhaupt, dass da jetzt Crimson Dawn eine Auktion mit einem Karbonitblock veranstaltet? Ich frage mich immer noch, warum? Muss ich ehrlich sagen. Sie wollten ja Aufmerksamkeit in der Galaxis. Das sagt Kira zumindest immer. Ja, sie wollten ja die alle gegeneinander ausspielen. Und dazu mussten sie sie erst mal zusammenbringen. Und insofern hat das schon ganz gut funktioniert, denke ich mal. Und wir werden den Rest wahrscheinlich erst im zweiten Teil der Trilogie sehen. Genau, das müssen wir vielleicht noch dazu sagen. Der Plan ist noch nicht ganz entfaltet, sage ich mal. Das ist ja erst die erste von drei Teilen, sage ich mal. Und er war auch nicht ganz erfolgreich, glaube ich, hat Kira am Ende gesagt. Also sie wollte ja angeblich, sagt sie zumindest gegenüber Leia, das können wir mal vergreifen, Han beschützen. Oder beziehungsweise wieder zurückholen. Das war ja wirklich nur so als Ablenkung gedacht. Aber das hatte dann nicht funktioniert. Ja, genau. Aber da kommen ja noch Crimson Rain und The Hidden Empire. Zwei weitere Miniserien mit teilweise auch Event-Charakter. Also es ist nicht mehr ganz so crossoverig. Aber es läuft ja weiter. Auf jeden Fall, was meint ihr denn zu Kira? Das ist vielleicht eine Elefante im Raum hier, den wir jetzt vielleicht mal ansprechen sollen. Fand ich gut. Ich habe mich sehr gefreut. Schon als ich die Vermilion gesehen habe, dachte ich mir, oh, jetzt wird es gut. Fand ich gut. Ja, absolut. Ziemlich positive Überraschung. In dem Moment wurde einem auch klar, dass das Event nicht so ganz ist, was man im Vorfeld erst dachte, dass es wird. Also mit dem Fokus auf die Kopfkirche. Ja, das war der Moment, in dem ich an Bord war. Genau. Und in den letzten Jahren war das für mich zumindest so, es gibt zwei große Fragen bei Star Wars, die allgemein noch irgendwo geklärt werden müssen. Und das ist, wo sind Thrawn und Ezra? Und was ist aus Kira geworden? Und wenigstens die zweite Frage haben wir jetzt ein bisschen klarer. Und deswegen, ich habe mich sehr gefreut, als es enthüllt war im Heft. Ja, vor allem, also ich fand es einerseits schön, dass sie mit so einer großen Filmfigur, also ja, groß muss man vielleicht relativieren, aber trotzdem, wirklich ist es eben eine Filmfigur mit einer Schauspielerin, die auch noch lange Zeit in einem Alter ist, in dem man sie wiederverwenden kann auch. Und sie lassen sich aber hier wirklich ihre Story auch definieren und weiterschreiben. Das hat mich schon beeindruckt, jedenfalls. Man hätte ja irgendwie sagen können, ja, die kommt jetzt dann irgendwie weg von Crimson Dawn, macht was anderes oder so. Nein, die legen sich fest, die übernimmt die Organisation von Maul und führt sie weiter. Auch mit einem wirklich festen Ziel dann am Ende, kann man, glaube ich, schon sagen, diese Faust zu löschen. Also es sind wirklich schon Charaktermotivationen, auch die für sie festgelegt werden. Was das jetzt für eine Live-Action-Rückkehr von ihr heißen mag, mal schauen. Das wird auf jeden Fall spannend. Ich rechne schon damit, dass es irgendwann passieren wird. Aber zugleich hält man sich eben offen, die Begegnungen mit Han Solo. Dadurch, dass der hier eingefroren ist in Carbonit, hält man sich da eine Rückkehr von Alden Ehrenreich oder von Emilia Clarke letztlich offen um dieses Tor. Das ist insofern ganz kirschig gemacht, denke ich, die einzige Figur aus Solo, zwei Figuren aus Solo, die sie kennen. Chewbacca, der eh nicht so viel sagt. Und Lando, die kommentieren sie nur so am Rande. Da lässt man sich doch noch viel offen und erzählt trotzdem mit Gehalt über sie. Also das fand ich schon. Vor allem dann auch für den Leia-Moment. Es weckt auch die Hoffnung, dass man noch erfährt, was ist zwischendrin passiert. Mit Darth Maul und so weiter. Ja, da gibt es ja auch spannende Theorien. Da gibt es ja auch spannende Theorien. Wenn man bedenkt, wo man Darth Maul dann wieder vorgefunden hat, in Rebels, ja, auf Malachor allein, gibt es ja so Fan-Theorien, die meinen, dass Kira ihn dort quasi stranden lassen hat. Sie sagt ja hier auch in dieser War of the Bounty Hunters-Reihe, als sie dann gegen Darth Vader antritt, dass sie weiß, wie man mit Sith Lords umgeht. Oder wie man Sith Lords erledigt oder wie auch immer. How to deal with them. Das fand ich, hat spannende Andeutungen gestreut. Also Charles Soule, der ja auch dieses Event initiiert hat, scheint da Pläne für sie zu haben. Oder vielleicht auch Wissen über weitere Pläne. Definitiv, jedenfalls ein sehr gelungener Brückenschlag, sage ich mal, zum Han Solo-Film. Und damit ja auch über die verschiedenen Trilogien. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir das bei Lost, Fallen, nee, wie hattest du das? Lost Sars von Claudia Gray. Ja. Dass so eine Verbindung zwischen den verschiedenen Trilogien so... Da guckst du mal die Vader-Reihe an. Du hast Figuren aus den Prequels, du hast ja klassische Trilogie, du hast Figuren aus Rogue One jetzt mit General Remodi und sogar Ochi, 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 Ochi. Ochi. Enia, Ochi. Und du hast ja auch für die Zukunft von hier jetzt schon Verbindung, die Knights of Ren und so weiter und so fort. Ja, also ich habe auch mal mit Charles Soule so ein bisschen darüber geredet, er hat auch gemeint, so von wegen, ja, er will alles nehmen quasi aus der kompletten Sandbox quasi von Star Wars. Er glaubt, dass da alles Fair Game ist, sein soll für einen Autor. Und er hat auch irgendwo recht. Also klar, er überfrachtet vielleicht auch ein bisschen diese Miniserie, das hast du schon gesagt. Aber letztlich ist es auch schön, da, ja, diese ganzen Elemente mal verküpft zu sehen und nicht nur alles so in seiner eigenen Nische, wie es so die letzten Jahre über waren, ja. In der Sequel-Lehre erzählt man Geschichten über Poe oder Rey als Scavenger. In den Prequels irgendwie Obi-Wan und Anakin, ja. Und hier in der Original-Trilogy halt die drei Haupthelden plus ihre Sidekicks, ja. Nee, ist halt dann jetzt hier mal wirklich so alles ein bisschen zusammengezogen. Deathstake darf man da ja auch nicht vergessen, die ja bisher, glaube ich, nur in dem Handyspiel vorkam, Uprising. Richtig. Das den meisten überhaupt nichts sagen wird, aber schaut mal nach, Star Wars Der Widerstand oder Star Wars Uprising, Handyspiel aus 2015, glaube ich. Ja, 14, 15, irgendwie so. Also meine Reaktion zu Kira, um das noch nachzuschieben, war schön, weil ich ein großer Solo-Fan bin und meine etwas zynische Reaktion war, spart man sich die Kosten für die Schauspielerin. Also das war meine Reaktion, aber generell finde ich es auch schön, dass man da einfach mal was nimmt, was schon etabliert ist quasi aus den Filmen und was auch so ein bisschen offengelassen wurde, Crimson Dawn und das ganze Zeug und das ein bisschen ausbaut, statt sich da jetzt irgendwie wieder eine neue Untergrundorganisation auszudenken oder an die Pikes oder irgendwas anzuschließen, die dann weniger spannend sind. Und was auch Charles Soule richtig gut gemacht hat, jetzt auch nochmal mit dem eben erst erschienen Star Wars 18, so ein bisschen so zeigen, das hat ja Solo als Film schon gemacht, ja, Kira und Han, dieselben Ursprünge, aber letztlich unterschiedliche Entscheidungen. Sein Pfad führt Richtung Rebellion. Erstmal Schmugelei, aber letzten Endes ist ja das das Ziel, Rebellion und Held der Galaxis, kann man sagen. Während Kira nie so richtig, also die ist ja nie rausgekommen aus diesem ganzen Unterweltsumpf und jetzt eben halt, sag ich mal, einen etwas zwielichtigeren Weg auch eingeschlagen. Oder auch, sag ich mal, jetzt mit Star Wars 18, was sie da als ihr Ziel letztlich angegeben hat. Ne, ist auch in der Vorschau zu Crimson Rain, da will ich jetzt noch gar nicht so viel sagen, aber sie hat ja auch ein, sag ich mal, recht rebellisches Ziel für die Galaxis. Also es ist alles so ein bisschen verkehrt, sag ich mal, in Han ausgesehen. Aber zu Star Wars 18 kommen wir dann noch, also habe ich auch aufgeschrieben. Aber jetzt sind wir erst mal bei Part 2 der Mini-Reihe. Also so weit sind wir noch gar nicht. Also da beginnt nämlich die Auktion quasi, beziehungsweise treffen die ersten Kunden ein, die Han ersteigern wollen. Und Boba hat eine kurze Auseinandersetzung mit Boss, also da kommt der erste War of the Bounty Hunters, wenn man so will, vorbei. Oder nee, war da hat er in Alpha auch schon? Nee. Nicht in Alpha, aber Nummer 1 hat er gegen Zykkus und 4 LOM gekämpft. Also jedes Heft musste diesen Punkt irgendwie ein bisschen abhaken, dass Boba Fett gegen andere Kopfgeldjäger kämpft. Ja, das ist nämlich der einzige Teil, wo man den Eventtitel wirklich rechtfertigen kann. Aber das ist ja Star Wars generell so ein bisschen mit diesen Titeln, auch bei den Filmen. Ja, Attack of the Clones. Ja, okay, am Ende greifen sie Geonosis an. Aber Revenge of the Sith, ja, für was rächen die sich jetzt? Okay, also immer so ein bisschen diese Pulp-Titel, die auch immer so ein bisschen offen waren, sag ich immer. Ich meine, hättest du ja vielleicht War of the Underworld nennen können, aber hat vielleicht nicht so denselben Klang. Ja, ich denke, das hängt auch ein bisschen mit dieser Bounty Hunters Serie zusammen, dass man da so ein bisschen Fahrt mitnehmen wollte, wo ja auch das Thema war, im Prinzip, weil eins baut ständig neue Allianzen auf und kämpft ständig gegen irgendwen. Also das ist so ein bisschen wie die eine oder andere Vorabendserie, jeder mal mit jedem und jeder mal gegen jeden. Und das hat man hier so mitgeschleppt. Und ich glaube, bis auf Jackson hatten wir jetzt dann wirklich alle Bounty Hunter, die bekanntermaßen da im Universum unterwegs sind zu der Zeit. Das fehlen mir jetzt noch. Wir hätten es ja noch mit IDW in Crossover machen müssen und Kevin Scott noch irgendwie so eine Jackson-Story schreiben lassen müssen. Genau, das ist das. Das fehlt. Schmerzlich. Ja, ich weiß nicht. Also sie reden ja, was? Ich habe das gehört. Ja, ja, ist schon gut. Ist schon gut. Ja, toller Hase. Wir, sie nennen ja immer sich den Dorn, also der Dorn ist gekommen und so, geht ja am Ende vor allem. Ja. Also hätte man vielleicht Crimson Dorn nennen müssen, wäre halt genau der gleiche Name wie die Organisation gewesen. Wäre halt vielleicht ein bisschen plakativ. Und hätte auch gespoilert in gewisser Weise, aber. Ja. Jetzt hat man auch Crimson Reign als nächstes. In Legends gab es schon Crimson Empire. Also das Wort Crimson ist jetzt langsam ausgereizt. Ist aber auch eine schöne Farbe. Ja, natürlich. Mit der spielen die auch dann auch schön so in der Reihe ab. Keras blutrote Handschuhe zum Beispiel auch in Heft, das ist ja Han Solo anfasst am Ende. Genau, in Heft 2 nochmal. Da trifft dann Aphra einen Klon. Ich kann mir vorstellen, dass das in der Aphra-Reihe thematisiert wurde. Genauer? Ja, eigentlich. Gar nicht mal so, nein. Ach nicht, okay. Weil die trifft halt so einen mysteriösen Klon. Ich dachte, naja, wird da bestimmt offenbart, wer das ist in der Aphra-Reihe. Das ist, das ist glaube ich noch ein Mysterium, ne? Okay. Naja, ich denke mal, es ist in der Hauptreihe besser erklärt. Ja, Boba, ne? Sie weiß halt nicht, dass es Boba ist. Achso, okay, das habe ich mir tatsächlich fast schon gedacht. Es hieß nie so, hallo, ich bin Boba, aber man kann es aus dem Kontext herauslesen, dass das quasi war zwischen Bobas Ankunft und seiner Konfrontation mit den Rebellen oben in diesem Balkon oder was auch immer das da war über der Auktion. Er wollte ja auch von ihr, dass sie irgendwie eine Ablenkung macht, ne? in Part 2 und damit er wahrscheinlich Solo sich wieder schnappen kann. Ich glaube auch, dass diese Anspielung mit dem Klon eben nur wegen dem Schar war, dass wir Leser wissen, wer es eigentlich ist. Ja. Ich habe gedacht, warum läuft dann? Ich war halt, also ne, wenn man jetzt die Aphra-Reihe liest und weiß nicht, dass das, oder das wird das nicht weiter thematisiert, dann ist es naheliegender. Aber ich habe halt jetzt heute nochmal drüber geguckt und gedacht, wieso trifft die da einen Klon? Das wird bestimmt in der Aphra-Reihe thematisiert, ich habe keine Ahnung. Aber so macht es natürlich auf jeden Fall Sinn, ja. Also es war auch mein erster Gedanke. Bis ich dann gedacht habe, ja, vielleicht wird auch in der Aphra-Reihe was gesagt. Aber wahrscheinlich... Ne, die Aphra-Reihe hatte andere Fokus dann am Ende. Genau. Das war der einzige größere Berührungspunkt, sag ich mal, zu dem Crossover eigentlich. Mal von der einen kleinen Szene zum Schluss noch. Ja, die Aphra-Reihe war eher damit beschäftigt, so ein bisschen aufzubauen, dass Crimson Dorn auch viel unterwandert hat, ja, andere Organisationen in der Unterwelt, was ja letzten Endes dann auch die die große Enthüllung war, dass sie sogar die Hutten und da weiter. Das hat man aber auch schön verstreut immer gesehen, also wenn die da irgendwie der Falkenlandeerlaubnis erhält und dann da der typische Wahlspruch kommt, dass sie alle dem Dorn dienen oder sowas oder await the dawn oder was da kam. Await the dawn, ja. Wir warten auf die Dämmerung. Naja. Die Auktion beginnt und Chabba gewinnt. Jetzt muss er aber nicht 200.000 bezahlen, sondern eine Million Kredits. Aber stört das schon. Geld hat er und Tod ist er auch bald insofern. Und Vader sprengt die Party und ich glaube, vorher in der Vader-Reihe trifft er dort ein. Mhm. Genau. Er hat tatsächlich, ich glaube, das erste Eintreffen, zumindest in der Reihenfolge, wie ich es gelesen habe, aber ich glaube, da gab am selben Tag noch eine andere Ausgabe, war er in der Dr. Afra-Reihe für mich, wo in der Vergangenheit, wo die gemeinsame Vergangenheit mit Vader natürlich erst mal einen psychischen Schock auslöst. Kindheitstraumata, ja. Ja, Kindheit relativ, aber auf jeden Fall Trauma, wenn dich jemand fast unberingt mehrmals. Sie begibt sich ja in die entsprechende Gesellschaft. Ich sage ja nicht, dass sie unschuldig ist. Nein. Gut, in Part 3 wollen wir da schon hingehen oder gibt es noch was, was jetzt aus den anderen Reihen umhängt, noch bevor dann quasi diese ganze Auseinandersetzung im Auktionssaal so richtig startet, mitnehmen wollt, müsst, was noch erwähnenswert wäre. Also bei Vader war es ja wie gesagt nur der Angriff von IG-88, den Sly Moore befohlen hat und wo ich dann so dachte, ja, dann irgendwie riesengroß aufgebaut, der Rad der Umberaner oder so und in der nächsten Ausgabe gleich alle abgemetzelt und ja, also war halt typisch Vader, wir müssen halt irgendwie eine Ausgabe füllen zu dem Motto. Genau, das Storytelling bei Vader wurde weder besser noch schlechter durch das Event. Es wurde nur ein bisschen thematisch refugiert. Wie gesagt, das Einzige, wo ich ein bisschen excited war, wo halt am Ende war, Vader, komm da hin und spreng die Party und dann continue in Ausgabe 3 von War of the Bounty und das glaube ich stand da. Und da war ich ein bisschen gehypt und dann wurde, oh endlich ist meine Figur aus meiner Reihe, die ich da jeden Monat rezensiere, in der Hauptreihe angekommen und jetzt geht es richtig ab und dann waren es aber zu viele Blickwinkel, wie er vor dem Karbonitblock steht und ihn mit dem Lichtschwert bedroht in allen möglichen Ausgaben und dann die ewigen Verfolgungsjagden mit Luke. Aber da kommen wir ja gleich noch hin. Genau, in Part 3. Lea und Co. haben Konfrontation mit Boba, das war ja das, was du gesagt hast, auf dem Balkon und Chewie wird angekokelt. Also da war schon, also so nicht Boba, nicht Chewbacca, der generell ein bisschen irgendwie so passiv war in dem ganzen Ding, weiß auch nicht. Ja, man sollte meinen, so mit Han Solo sollte er eigentlich ein bisschen mehr verbinden. Bei der Schreierei, die er in Episode 5 gemacht hat, hätte man gedenken können, er macht da ein bisschen mehr Stress oder Druck. Vielleicht gebrannter Hund scheut das Feuer oder so. Ich glaube, die waren nur als Soundgäste da, die mussten da irgendwie mit eingebaut werden, denn ihr Beitrag ist ja nicht wirklich umwerfend, den sie dann Geld haben sie auch. trauen sich nicht ran, weil sie sagen, oh, wir werden entdeckt und das schaffen wir nicht. Also das ist alles so. Auch Lukes Beitrag ist so, wo ich mir gedacht habe, so war das jetzt wirklich sinnvoll, war das jetzt hilfreich? An alle Zuhörer Lukes Beitrag immer im Gedanken in Gänsefüßchen setzen. Beitrag. Nennen wir es Anwesenheit. Anwesenheit. Vorbeiflug. Gut, er hat letztendlich das Vader weggelockt vom Ort des Geschehens, das kann man sagen, aber ich glaube, das war sein ganzer Beitrag, weil sonst hätte Vader wahrscheinlich den Laden platt gemacht, einfach weil das kann. Hat er ja auch kurz. Ich töte ihn, ob er nicht will. Ja, ich sag mal so, seine Anwesenheit hat letzten Endes Kira, glaube ich, das Leben gerettet, nach diesem Duell. Ja, aber ich weiß also ... Apropos das Duell. Erstens das, genau, also da wird ja auch Therese, ne, Therese-Käsi? Therese-Käsi. Therese-Käsi, ja. Mit dem Doppel-E erwähnt, also die Kampfform von Darth Maul quasi, die ihr wahrscheinlich beigebracht hat, nach Solo. Ja, schon in Solo benutzt du das ja schon, um diesen Pike auszuschalten, also das war ja schon so die Andeutung quasi, dass du es so gut kennst. Wegen Therese-Käsi und wer halt auch immer ein bisschen Ahnung hat von Star Wars Lore, hätte sich da schon ... Warum das? Und ja, also sie war ja Vader fast ebenbürtig und sie wollte damit zeigen, das hat sie ja dann später auch wieder ihren Entourage gesagt, dass sie quasi nicht vor den Sith zurückschrecken, dass sie sich mutig stellen. Ja. Also, ja. Hat eher so semi-gut funktioniert, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also, ich weiß nicht, ob Vader sehr beeindruckt war. Es hat erstaunlich gut funktioniert dafür, dass sie keine Machtkräfte hat. Ja, gut. Sie hat ein paar Schläger gegen Vader standgehalten, jedenfalls. Aber natürlich ist es Darth Vader, der hat den halben Idiot ausgerottet. Ja. Der konnte nicht ewig da irgendwie nur passiv neben mir sein gewinnen. Ja. Ja, jetzt an Lukas die Frage, wie hat dir denn das Ende der Ausgabe gefallen, also dieser Cliffhanger damit? Oh, ich stelle mich vor den Carbonitblock und wenn du jetzt nicht kommst, Luke, dann bringe ich Han um. Ja. Bisschen reißerisch, aber mit schönen Splashpages kann man doch auch immer mal wieder was erreichen. Lässt nicht aber auch dieselbe Taktik, die Vader in Episode 5 hatte, ne? Han als Beute benutzen, äh, als Wettkörder benutzen, Bait. Ja, ich fand's halt einfach ein bisschen wieder so, weiß nicht, Luke, du musst hierher kommen, dann fliegt er hin und lockt ihn weg. Das ist aber nicht das, was Vader wollte, also warum zerstör ich dann den Carbonitblock nicht, wenn er wieder wegfliegt? Also er wäre ja auch so gekommen. Tja. Also es ist halt so ein bisschen verwirrt. Han hat halt Plot-Armor in dem Falle. Zusätzlich noch zum Carbonitblock hat er auch noch Plot-Armor. Also es ist Block-Armor. Naja, ich denke, das war auch so ein bisschen auf die Vision, die Luke ja hatte, während des Gefechts vor den ganzen Ereignissen bezogen, wo er ja den Millennium Falcon dann plötzlich auftauchen sah und so weiter und so fort. Also das sollte einfach nur die Verbindung, glaube ich, herstellen. Und schlechtes Gewissen von Luke appellieren, zu kommen. Denn sonst wäre es schlauer gewesen, wenn er nicht gekommen wäre. Denn er hat sich ja nicht getraut, sich ihm zu stellen. Das letzte Mal ging noch nicht so gut aus. Nee. Die ganze Aktion war ein bisschen fragwürdig, sag ich mal. Ja, genau. Und dann in Ausgabe 4 lockt Luke Vader weg. Der schwingt sich in seinen Starfighter und sagt, hey, bringt mal Han an Bord. Vielleicht brauchen wir den ja noch. Und ja, dann beginnt quasi die berühmte Verfolgungsjagd, die sich durch sehr viele Ausgaben zieht. So kam es mir zumindest vor. Ich glaube, du hast ja gerade deine eigene Frage beantwortet. Der wollte Han weiterhin als Köder benutzen. Deswegen hat er ihn nicht zerstört. Naja. Ja, gut, ja. Für die Zukunft dann nochmal. Aber da ist halt die Drohung ein bisschen leer, wenn ich sage, wenn du jetzt hier nicht herkommst auf dieses Schiff und dich mir stellst, dann bringe ich deine Freunde um. Und dann, haha, komm, folg mir doch mit deinem TIE Fighter. Und dann, ja, das ist halt so ein bisschen irgendwie die, der Druckhausen von der Drohung. Naja. Aber, wie wir wissen, kann Han Solo ja nichts passieren. Genauso wenig wie Luke und Vader. Also von daher ist ja eigentlich sowieso alles schon vorher klar. Aber die Story kann ja deswegen trotzdem spannend sein. War sie aber im Falle der Verfolgungsjagd nicht. Nee, das war einfach nur, damit man die Figuren irgendwie beschäftigt. So Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Grunde. Ja. Gleich noch eingebaut in die Story. Ja, kontaktiert mich ja nicht. Nur wenn der Imperator sich durchschaltet und so. Dass ja wirklich nichts mit Vader in Verbindung kommt, dass er auch wirklich überhaupt nicht irgendwie eingreifen kann. Was da mit der Huttenflotte und der Exekutor und so los ist im Raum, sondern dass er wirklich sich nur auf Flug konzentriert. Und ja. Das fand ich aber eher witzig. Weil Chefs machen das ja auch gerne mal, dass sie sagen, ja, stören Sie mich nur, wenn irgendwie der Vorstandsvorsitzende anruft. Und dann geht die Welt unter und keiner seiner Untergebenen ruft ihn an, weil sie sagen, nein, der hat aufgeregt gesagt nicht. Ja, ich glaube, das hätte sich weder auch anders vorgestellt, aber wird ihm ja auch angelastet. Also das fand ich eher originell, vor allem, weil dann ja später der Anruf vom Imperator kam. Also das war völlig trollig. Und so konnte Palpatine auch noch seinen kleinen Beitrag zum Event, bei dem ja sonst jeder irgendwie zu tun hatte, leisten. Ja. Genau. Das Imperium transportiert Solo ab. Boba hat eine Auseinandersetzung mit Valence und Dengar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das war auch in dem Heft, ne? Ja, Valence und Dengar, genau. Ja, das war das Crossover dann mit auch Bounty Hunters. Also das wird natürlich dort auch größer aufgegriffen. Und... Ober und Eis. Und dann, ja, ich habe schon wieder aufgeschrieben, Vader verfolgt Luke. Also das hat sich auch bei mir sehr eingebrannt. Genau, dann, genau, Lea und Kof starten ja auch noch Richtung Weltraum, also Richtung Verfolgen der Imperialen Fähre, die quasi gerade auf Befehl von Vader der Hans Solos Carbonitblock auf die Executor bringen soll. Und dann sagt Boba, nee, stopp jetzt, jetzt machen wir hier mal Seismic Charge und lassen hier erstmal alles stehen und liegen und pausieren mal kurz. Das ist immer noch mein Carbonitblock. Zuvor hat er aber mal wieder eine neue Allianz geschmiedet, diesmal mit Valence. Ja. Der ja eigentlich festsaß. Eigentlich ziemlich viel los auf vielen Ebenen, an vielen Standorten. Böschen, ein bisschen Confusion. Darum, man wusste die Dinger dann, wenn man sie liest, sich sozusagen nebeneinander legen und dann das chronologisch genau aufarbeiten, in mehreren Heften gleichzeitig lesen. Sonst steigt man da teilweise nicht durch. Es ist auch, zumindest ging es mir so, so ein paar Sachen werden dann wirklich auch in den One-Shots gut, glaube ich, aufgegriffen oder erklärt auch vor allem. Die sind dann so ein bisschen als Lückenerklärer da für gewisse Ereignisse. Und in, ähm, was war das? Als erklärt wird, dass das Kira, ach, das war in Star Wars 18 auch, glaube ich, dass Kira, Boku und so, also die Huttenflotte quasi dazu aufgefordert hat, jetzt die Imperialen anzugreifen, was ja, also was Boku gemacht hat, wo wir ja gedacht haben, ja, äh, war ja klar, dass er eigentlich für Crimson Dawn arbeitet, in dem Moment auch schon dann, aber es wurde halt nochmal so ein bisschen alles am Ende zusammengefügt, als Kira zu den ganzen Planen erklärt. Also es wurde dann am Ende noch so, so nachträglich fast ein bisschen erklärt, das hat mich so ein bisschen an Thrawn-Bücher fast erinnert, dass dann danach immer die Strategie oder die, äh, ja, der Zusammenhang irgendwie erklärt wird und man vorher schon ein bisschen fragen kann, ja, warum ist der jetzt gerade da und warum hilft der dem jetzt und so? Ja, aber am Ende gibt es dann doch ein recht, ja, zusammenhängendes, glaubwürdiges Bild, glaube ich. Genau, und in der letzten Ausgabe der Mini-Reihe offenbart sich Boku, als Teil von Crimson Dawn. Vader verfolgt immer noch Luke. Und wird dann auch zusammen. Was? Ja. Ja, immer dann noch zusammen mit den anderen Hoods von Vader bestraft. Das ist ja das dann, wo der Imperator sagt, hey, hör mal auf, Luke zu verfolgen, kümmere dich mal um den Verräter da. Was, was mit Blick auf, äh, die Zeit nach Episode 6 auch wirklich sehr bedeutsam ist. Letztlich denn, ähm, es wird ja der Rat der Hutten ausgelöscht, den wir in Clone Wars kennengelernt haben. Und das erklärt dann auch, warum wir zum Beispiel den, äh, Book of Borba Fett oder zumindest im Teaser von Book of Borba Fett, ähm, gibt Fortuna auf Chabas Thron, wenn wir da weniger sitzen sehen haben, ne, und nicht irgendwie einen neuen Hunden. Also die Hunden sind da so ein bisschen, ja, nicht mehr im Spiel oder nicht mehr bedeutsam im Spiel an der Stelle. Ich bin ja, ich bin da noch gespannt, ob wir in Book of Borba Fett dann quasi als Krogo ersetzen, äh, Dings bekommen, Rotter. Rotter. Den, den Bober durch die Gegend tragen muss, dann, den gleichen Stil haben wie bei Mandalorian. Aber nur, wenn sie ihn Stinky nennen die ganze Zeit, bitte, okay. Ja, hat doch dieses kleine Schoß-Tierchen, das da irgendwo im letzten IDV, ähm, gefunden werden muss. Ach so, äh, äh, Bubo, glaube ich. Ja, ja, genau. Bubo-I-Kular oder irgendwie, das hat so einen längeren Namen, den ich nicht aussprechen möchte eigentlich. Von dem jetzt, von Chabba, das Schoß-Hündchen oder von... Ja, genau, Bubo. Okay. Ähm, genau, dann haben wir das natürlich, dann kriegen die, die Crew aus dem klassischen, aus der klassischen Star Wars Reihe oder der, der Hauptreihe nennt man sie ja auch, äh, Landeerlaubnis auf dem Falken, äh, auf dem Falken sag ich, mit dem Falken auf der Exekutor, wo wir dann auch schon sehen, oder es trägt auch Crimson Dawn mit drin, weil sie dann auch am Ende dann in diesem, ich glaube am Ende vom letzten Avra, also dem letzten Avra, was dazugehört, gibt's so ein, so ein Panel, ne, wo irgendwie, so ein Split-Screen ist und dann überall gezeigt wird, dass die überall ihre Leute drin haben. Ja, genau, die Unterwanderung der Unterwelt sozusagen. Und das Imperium. Hat ein bisschen, bisschen Hydra-Charakter von Marvel, also da hab ich sehr starke Vibes davon gefühlt. Ja, teile ich. Die waren ja überall, das war ja auch hier dann, ihr neuer Leitspruch irgendwie, more than a million oder irgendwie sowas, ne. A million is more than one oder sowas, oder irgendwas haben die doch am Ende gesagt da. Ja, irgendwie hatten sie so einen Spruch, also. Weil ja der Imperator irgendwie sagt, die sind so dumm und denken, dass eine Million einen übertrumpfen können und du zeigst ihnen jetzt Vader, was, dass das nicht stimmt. Also ihnen dann den Auftrag erteilt, dem letzten Vader-Heft, was noch dazugehört, wo dann auch am Ende sich Ochi als vermeintlicher Verräter herausstellt. Bin ich ja auch noch nicht, da können wir noch drüber reden, bin ich aber auch noch nicht so. Ja, das wird ja noch kommen, denke ich, dann in Rain. Gut, was haben wir, genau, Boba kann Hans Block da noch sicherstellen, weil er durch, durch den Weltraub, Weltall springt und ihn irgendwie aufbringen. Und Valence verrät. Und Valence verrät. Genau, und Kira ist zufrieden und nun war da die Herrschaft von Grimms and Dawn, das ist ja dann dieses letzte Panel quasi, wo wir dann quasi die, wie nennt man das, die zweite Reihe, die neuen Gehilfen sehen, die dann in Grimms and Rain wahrscheinlich spielen. Kira's Eleven oder so. Ja, Kira's Eleven. Avengers, versammelt euch. Ja, so in der Art. Also, ja, da, weiß nicht, das waren auch ein paar der Beine, die habe ich erkannt aus, die sind schon mal aufgetreten im Crossover, dann halt diese Knights of Ren halt vor allem. Chanaf Chah aus der Lando-Miniserie, Slash Charles Souls, Darth Vader-Reihe, also beides Souls-Werk. Diese Kopfkirchenjägerin, die mit Lando, ja, Deathstick, auch ein paar neue Figuren, logischerweise. Seit Darth Vader dann auch. Oki. Ist schon eine lustige Mannschaft. Ja, Await the Dawn, würde ich sagen. Oder Await the Vader. Vukora auch dann durch Bounty Hunters und Aphra. Genau, und mein Tipp quasi wäre dann fast noch gewesen, das habe ich jetzt natürlich im spoilerfreien Teil nicht geschafft, aber das war zumindest, hat mir sehr viel gebracht noch. Quasi die Hauptreihe zu lesen und dann irgendwie die letzten Hefte, die noch zur War of the Bounty Hunters aus den Einzelreihen gehören. Weil ich glaube, da wurde nochmal schön verteilt, so ein bisschen auch aufgebaut. Also wie wir gesagt haben, bei Aphra dann am Ende halt diese Offenbarung, die stecken überall mit drin. Dann bei der Star Wars 18 natürlich finde ich fast noch den wichtigeren Abschluss der War of the Bounty Hunters Reihe. Auf jeden Fall. Am Ende, wo sich dann endlich mal Leia und Kira unterhalten können und zwar länger, also wo es eigentlich nur darum geht, das ganze Heft. Dass die beiden aufeinander treffen und dann auch mit Rückblick nach Corellia und dass sich Han da für den Jungen eingesetzt hat, auch wenn wir nicht so sicher sind, ob das stimmt. Zumindest das vielleicht schon, aber nicht das, was er dann gesagt hat zu ihr. Ja, das ist schon sehr pathetisch gewesen. Aber das war wirklich, also das war mit einer der schönsten Teile, glaube ich, vom ganzen Ding am Ende. Dass die beiden sich auch mal treffen, das war ja das, was ich auch so kritisiert habe, dass sich Lando und so selten mit ihr treffen, was du ja auch gesagt hast, die ist halt ein bisschen offen halten noch. Aber dass die Leute, die eigentlich was mit Kira anfangen, können sie kaum sehen oder kaum mit ihr interagieren. Da ja eigentlich auch, da ist ja auch nur Leia, die sie ja quasi nicht kennt. Also, ja. Das ist ja sehr schön ab. Ja. Da hat auch Charles Soul echt gute Charakterarbeit geleistet, muss man wirklich sagen. Sowohl auch Leia, als auch Han, als auch Kira dann so in Konstellationen zueinander abzugrenzen. Also, was sind Gemeinsamkeiten, was sind Unterschiede, wo sind die in ihrem Leben vielleicht ähnlich oder auch anders abgebogen? Und was sind ihre Ziele? Also, das war eine richtig schöne Charakterausgabe, muss ich nach dem ganzen Riesenspektakel da endlich auch mal so ein bisschen da noch in die Tiefe gehen, ja. Genau, in Bounty Hunters erfahren wir am Ende, dass Valence von Vader repariert wird und jetzt quasi der neue Ochi wird, wenn man so will. Ja, was haltet er davon? Also, ich meine, das sieht jetzt erst mal besser aus wieder, sagen wir es mal so. Der war ja ganz schön. Ja, ist weniger Terminator. Zu Valence kann sich viel sagen. Ich lasse erst mal andere vor. Darth Vader hat halt einen tierischen Personalverschleiß, ne? Das ist jetzt ein neues Spielpüppchen. Afra-Ochi. Jeden Handlungsbogen immer neu, sage ich mal. Ja, der arme Valence, wie man sagt. Ja, das ist ja eine Figur. Ja, sag. Er ist ja eigentlich komplett gescheitert. Er kommt um... Valence, ja. Ja, um Han zu befreien und schafft das nicht und wird sein schlimmster Albtraum, indem er als Schurthündchen von Darth wieder aufwacht. Ja, das ist letztlich so... Ich frage mich immer so, was ein Character-Arc ist und ich dachte eigentlich so, der War of the Bounty Hun, das muss letzten Endes in seinem Tod enden. Und da, jetzt Willkommens bei meinem TED-Talk. Kannst du gerne als... Es ist quasi, ne? Sein Tod, als Titel sagen. Ja, kannst du jetzt... Willkommens bei meinem TED-Talk kannst du als Titel nehmen jetzt für den folgenden Abschnitt. Und zwar hat Valence ja Ursprünge in der Marvel-Reihe aus den Legends, in der klassischen Reihe aus den 70ern, 80ern. War dort auch Kopfgeldjäger, war auch hinter den Rebellen her, dort dann hinter Luke und hat irgendwann aber auch seine menschliche Seite in sich so wiedergefunden, wie auch jetzt im Kanon. Ja, also das spiegelt sich so ein bisschen und sich letzten Endes ja, mit Vader angelegt, damit Luke entkommen kann. Also, das war letzten Endes ein selbstloses Opfer. Ja, ich meinte, okay, eigentlich, wenn die jetzt schon so viel spiegeln auch im Kanon, ja, dass er nicht der brutale, gewissenlose Killer ist, nachdem er aussieht, ja, mit diesem Cyborg-Äußeren. Sondern jemand, der wirklich noch ein bisschen Herz in sich hat und wie Boba Fett auch sagt, der eigentlich im falschen Beruf ist, ja, dann hätte ich mir gedacht, okay, was könnte er jetzt machen? Okay, sie haben im Kanon eine gemeinsame Vergangenheit mit Han aufgebaut, die gab es in Legends nicht und letzten Endes ihn zu, ja, zum alten Freund von Han gemacht, der ihm auch jetzt auch noch was schuldet, ja, dessen Charaktermotivation bei War of the Bounty hat das ja auch darin lag, Han zu retten und, wie ich schon gerade sagte, das grandios scheiterte. Ich hatte mir halt gedacht, ja, vielleicht opfert er sich da in irgendeiner Form oder um den Rebellen irgendwie zu ermöglichen, an ihn ranzukommen oder so, ja. Aber das ist jetzt natürlich auch offen, jetzt haben sie ihn, wie gerade schon erwähnt, zu seinem schlimmsten Albtraum gemacht. Sein, ja, er hat in einer, in gewisser Weise einen Tod erlitten, aber er ist auch noch nicht ganz, ganz weg, sage ich mal, ja, das wird jetzt spannend, und vor allem, da man ihn schon auf Covern für Crimson Rain in Inferno Squad Uniform teilweise gesehen hat, das sei denn, dass das irgendwie, nicht nur für Inferno Squad, aber diese Thai Uniform hat ja gewisse Insigni da drauf. Sind wir mal gespannt. Auf jeden Fall eine Figur, die, ja, habe ich mir gedacht, als er in dem Kanon so aufteilt, ja, okay, die leben jetzt ihr 80er Jahre Nostalgie Programm da wieder komplett aus, aber letztlich inzwischen habe ich angefangen, mich ein bisschen für ihn zu interessieren, so als Charakter. Ja, ich muss an der Stelle, glaube ich, Jason Frye zitieren, der meinte, er bereut es ihm, diesen Vornamen Baylert gegeben zu haben, wenn er gewusst hätte, dass diese Figur nochmal groß wird, hätte er sich was Besseres ausgedacht. Deswegen nennt ihn jeder nur Venance. Ja, das ist ja eine Anspielung auf einen Western, durfte ich neulich auch erst nochmal für Panini recherchieren, deswegen ein John-Wayne-Western namens Der Mann, der Liberty Valance erschoss. Was hat Jason Frye gemacht? Okay, er valanced, den Namen genommen, den hat ja Marvel schon damals genommen und dann hat er einfach Liberty genommen, französisch, Liberté und dann noch die Buchstaben ein bisschen rumgemischt und dann kam Baylert dabei heraus. Also so kam dieser Name zustande. Fun Fact am Ende, das ist Ted Talks. Vielen Dank. Applaus. Ja, also wie gesagt, ich denke, es ist eine Figur, die jetzt auf jeden Fall eine spannende Entwicklung durchgemacht hat und wahrscheinlich auch das meiste verloren hat in diesem ganzen War of the Bounty Hunters. Schauen wir mal. Ja, und es wurden ja auch ein paar neue Figuren auf Bounty Hunter Seite eingeführt. Diese eine aus Episode 7, der Tarsulich, genau, Tarsulich, der da noch als Gladiatorenkämpfer oder so auf Nassadar sei ich verdingt und dann Ich glaube, diese Vergangenheit, die stand im Visual Dictionary, also in der Enzyklopädie zum Film oder so, dass er da irgendwie eine Vorgeschichte bei den Hutten als Kämpfer hatte oder irgendwie so. Alright, genau, und in Vader quasi in der letzten Ausgabe wird halt Vader damit beauftragt, sich um Crimson Dawn zu kümmern, logischerweise, weil der Imperator sagt, das können die nicht ernst meinen, was die da tun. Und Ochich stellt sich als vermeintlicher Fragezeichen, Ausrufezeichen Verräter heraus. Und ist halt auch wieder so ein Ding, es gab ja auch mal diese Ausgabe, wo er sich irgendwie den Crimson Dawn Leuten entgegengestellt hat, wo sie gesagt haben, hey, komm auf unsere Seite und dann kam Vader angeflogen, so nach dem Motto, ja, wenn er jetzt ja sagt, wäre er ziemlich dumm. In der Ausgabe war ja Ochich so ein bisschen die Damsel in Distress und dann kam Vader so als der strahlende Ritter und hat ihn befreit oder wie auch immer. Genau, und da wäre er ein bisschen dumm, wenn er das gemacht hätte und jetzt war er scheinbar schon immer, aber ich habe ihn ja immer als Opportunisten bezeichnet und wir wissen ja, dass er in Episode 9 damit referenziert wird, dass er ja für den Imperator quasi die Eltern von Rey getötet hat. Da kriegen wir einen ganzen Roman nächstes Jahr mit Okay, in einer der Hauptrollen hätte es das jemals gedacht. Na gut, da müssen wir wegsend, ich sei ein schreckliches Charakterdesign begutachten, von daher. Ich muss sagen, mit dem Helm sieht er besser aus als ohne. das ja, aber ich meine, die ganze Rüstung, das habe ich schon nochmal gesagt, die gefällt mir überhaupt nicht, sieht aus wie zusammengeglaubt von irgendwo, hat überhaupt kein Konzept Wurde sie wahrscheinlich. Scheinbar. Da sehen ja sogar seine NPC Attentäterkollegen besser aus, die er im letzten Teil trifft. Oder die alle drei erschießt. Naja, aber auf jeden Fall, also ist er jetzt ein Verräter oder nicht? Also ist es jetzt wirklich so ein Ding und er wird dann wieder bekehrt oder gezwungen oder ist das jetzt eher so eine Finte von ihm oder soll er vielleicht sogar so tun, als wäre er Mitglied, um das von innen heraus zu infiltrieren? Ich glaube, diese Frage würde ich einfach so stehen lassen. Man kann ja mal ein bisschen spekulieren. Ja, ich traue dem alles zu davon, also das ist ja das Schöne daran. Ich würde sagen, er kann es nicht sein, weil sonst wäre er nicht mehr am Leben in 7, 8, 9. Er kann es ja, sage ich mal, an der Stelle erstmal ernst meinen, aber dann später, wie du schon sagtest, Opportunist, wenn es dann für Crimson Dawn vielleicht nicht ganz so toll läuft, dann kann er immer noch sagen, ich habe das natürlich alles nur zum Spaß gemacht. Best friends again, Vader. Wenn ich zum Sport vielleicht rennt er da einfach hin, ja, ich habe euch diese Information hier beschafft, das war eigentlich nur ein langer Plan von mir oder so. Ja, genau, eben erstmal gucken, wo so die Steinchen hinfallen, mal gucken, wie das Ganze läuft, das ist typisch Opportunist halt. Gut, damit endet quasi das. Jetzt kommen wir noch zu den One-Shots, würde ich sagen. Die haben als verbindendes Element teilweise gezwungen, teilweise organisch, diese Deva-Lompop. Ich weiß immer noch nicht, was diese Figur soll. Harlequiden im Star Wars-Universum. Ich nenne sie immer Devil's Lollipop, weil so sieht sie letztlich aus. Als ich den Chababon-Shot gelesen habe, habe ich gedacht, was habe ich aufgeschrieben? Ach genau, scheint sich transformieren zu können und sieht dann aus wie ein Regenbogen. Also, das habe ich mir aufgeschrieben. Die Cod haucht ja auch demnächst dann bei IDW in den High Republics. Genau, das ist ja das. Und die hat ja auch eine Blutschuld bei Chabba, was sie auf High Republic vielleicht zurückdeuten können, immer nur so angespielt. Ja, ich denke, da werden wir noch ein bisschen mehr von ihr sehen. Es musste auch High Republic irgendwie in das Crossover rein. Wurde ja auch im Ersten, glaube ich, wo sich die Hutten unterhalten, dass es seit Lina so oder so irgendwas nicht mehr weiß nicht mehr genau, über was die da geredet haben. Charles Soll muss halt seine Anspielung streuen. Ein seniler Hut mal plötzlich die falsche Kanzlerin. Machen die Amis ja auch gerne so in den Filmen so, wenn jemand durch die Zeit reist oder so, in dem man fragt, who's the current president oder so. Oder wenn jemand Gedächtnis verliert, dann fragt, wer gerade Präsident ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen darauf angespielt. Genau, und sie ist auch Mitglied von Crimson Dawn jetzt. Also nicht in dem, es gibt ja zwei Handlungen in dem Jabba-Ding. Also das Ding heißt, also der One-Shot heißt Jabba, aber da geht es quasi nicht um Jabba. Also nicht sehr zumindest. Also jetzt nicht so, dass man da erwarten kann, dass Jabba durch die Gegend abenteuert. Es gab schon mal, oh, das gab es schon. Ja, kann ich mir vorstellen, aber das ist doch nicht der Fall. Die Dark Horse, die Dark Horse Comics zu Jabba, die waren ein großartiger, 90er Jahre Trash. Also ich kann es niemandem empfehlen, die zu lesen, aber lest sie bitte. Also ich kann es nicht guten Wissens empfehlen, aber lest sie. Das muss man mal gemacht haben. Letzten Endes frisst Jabba dort Leute oder schwirfen sich auf die drauf, um sie zu zermatschen. Also es ist so ein bisschen seltsame 90er Jahre Komödie, Leute werden hier auch gefressen. Die aber eigentlich glaube ich nicht so witzig gemeint war, wie sie letztendlich rüberkommt. Aber ja, das ist es nicht. Leute werden hier auch gefressen. Nämlich das Ziel, was sie haben. Ja, aber nicht von Jabba. Nee, von Deva Loppo. Sondern vom Lollipop, genau. Sehr verstörend. Den Kopf hat sie nicht gegessen, weil das sind Hörner. Das haben wir mir aufgeschrieben. Das war ihr Argument. Ja, und sie ist dann später Mitglied von Crimson Dawn. Und ist auch diejenige, das ist in Jabba One Shop halt der Fokus, die es quasi an Crimson Dawn sagt, hey, hier ist der Karbonitblock. Und die dann an Jabba sagt, hey, Boba hat den Karbonitblock verloren. Also quasi beide Seiten so ein bisschen ausspielt. Oder nicht ausspielt, sondern der einen Seite hilft und Boba verpfeift. Sie scheint mehr so im Informationsstealing zu sein. Ja, zumindest den Eindruck will sie immer wecken, gerade am Anfang, ne, von dem Heft. Also als sie da so auftritt und ruhig und so. Also in ihrer nicht transformierten Version quasi. Ja. Ich glaube letzten Endes will sie ja irgendwie unter Jabbas Fuchtel da wieder rauskommen. Und spielt deswegen Crimson Dawn so ein bisschen in die Hände. Also meine Vermutung einfach. Ja, sie sagt ja, sie will, dass Jabba stirbt. Sollte sie sich vielleicht mal mit Lea unterhalten. Vielleicht kann man da zusammen was auf die Reihe. Ich glaube, das kann selbst sie nicht verdauen. Aber ja, also sehr mysteriöse Figur, die immer wieder auftritt in den ganzen One-Shots. Zum Beispiel auch mit einem sehr schrillen Design. Ja. Wobei, jetzt weiß ich gar nicht, ist hier im Vierlom und Zuckus One-Shot auch kurz zu sehen gewesen? Ziemlich kurz, ja. Vierlom-Pop. Gott. Ja, da ging es irgendwie darum, dass das Ausgabe 1 angeschlossen, wo Bobatz die beiden quasi abgewehrt hat. Ja, und auch an Bounty Hunters, glaube ich, wo man Zuckus dann wiederfindet. Ja. Genau. Was habt ihr damit genommen? Viel Action, wenig, was mich interessiert. Gut, waren ja auch zwei Kopfgelder als Hauptfiguren. Richtig. Zwei, bei denen ich nicht mehr gedacht hätte, also wenn die jetzt tot sind, sauber. Aber nein, natürlich dürfen sie diese Spielzeuge nicht zerbrechen. Sie zerbrechen schon, aber müssen sie wieder irgendwie zusammenbauen. Ja. Das fand ich schade. Ja, ich glaube, die ganze Bounty Hunter-Serie hat schon diese Situation. Ja, der ist auch wichtig. Aber die ganze Serie, kloppen die sich die besten Bounty Hunter der Welt und kriegen es nicht fertig, dem anderen mehr als ein paar Kratzer zu verpassen. Es ist schon so ein leichten Zweifel an dem Berufsstand müsste da aufkommen. Ja, vor allem letzten Endes denke ich mir, alle weich geworden. Eine gute Story ist jetzt nicht dadurch definiert, dass Leute sterben, aber bei einem Trieg der Kopfgeldjäger, wenn er die größten Opfer letztendlich wirklich mit ihrem Leben bezahlen, Hutten sind oder so, denke ich, okay. Ja, wir können uns, glaube ich, einig sein, dass der Titel nicht perfekt war dafür. Ja, das haben wir schon gesagt. Aber was weiß ich? Klang hat er. Wie bitte? Ich meine nur Klang hat er immerhin. Ach so, Klang, ja. War of the Bounty Hunters kommt. Und ich glaube immer noch, dass das so ein Marketing-Ding ist. Ich meine, ich persönlich kann mit Bounty Hunters kaum was anfangen, ich war ja auch bei Mandalorian skeptisch, bis ich es natürlich in der ersten Folge komplett gedreht hat, als sich der Fokus gezeigt hat. Aber ich glaube, das zieht trotzdem. Also gerade so Boba-Sachen und so. Vielleicht einfach Zielgruppenfrage. Ich weiß nicht. Ich habe halt immer irgendwie das Gefühl, dass man es von Boba auf den Berufsstand der Kopfgeldjäger schließt, was so ein bisschen Fehlschluss ist, meiner Meinung nach. Nur weil Boba cool ist, muss sich die Profession der Bounty Hunter cool sein. Ja, es ist ja mal so, diese ganzen Unterwelt-Geschichten, die haben ja schon ein gewisses Fandom. Es gibt auch einen Grund, wo The Republic Bounty Hunter zu einer Klasse gemacht hat. Es ist nicht nur Boba. Aber ja. Genau. Was mir aber sehr gut gefallen hat, tatsächlich, war der Bush One-Shot. Ja, der war super auch. Ja, aber überraschend unabhängig und Einblick in etwas, was ich persönlich, da ich die Afra-Comics halt nicht lese, überhaupt nicht kannte, die Tugger Corporation. Ja, die haben sie aber auch nochmal näher beleuchtet, als sie in Afra beleuchtet wurde. Das war ja auch dieselbe Autorin. Elisa Wong, auch eine sehr gute Autorin, meiner Meinung nach, die da eben ihrer Domina-Tage und dem ganzen restlichen Tage-Clan so ein bisschen Tiefe dann auch gegeben hat und auch einige Figuren aus den Legends gezogen hat. Also, so sagen wir, die Hälfte dieser Figuren gab es aus den alten Marvel-Comics auch mal, wo ja Luke Skywalker sein erstes Lichtschwert-Duell gegen einen Baron Ormond-Tage führt, der sich so ein Ding gebaut hat. Und ich glaube, der wurde auch mehrmals erwähnt. Und die ganzen anderen Gestalten laufen da auch irgendwo. Jetzt muss ich aber hier mal eine Frage an die Experten stellen. Ist die Tugger Corporation so humoristisch angelegt? also irgendwie gerade am Anfang, da, oh, sie kennt mich oder sie kennt meinen Namen und so, so dieses Humorist, ich weiß nicht, ist das so der Afra-Stil einfach? Ich glaube, das war so ein bisschen der Afra-Stil auch, aber letzten Endes ist es halt so eine reiche Kapitalisten-Familie, ja, und die spielen so ein bisschen mit den ganzen Klischees, die man auch sonst darüber die kennt. Ja, also stell dir vor, das wäre jetzt die Familie Trump oder so, ja. Ja, und dann so, oh, die kennen mich und so, der hat mir die Hand geschüttelt. Oh, Ivanka kennt meinen Namen oder irgendwie so, ja. Oh, ich habe mal für die gekocht und so, verstehe ich. Ich habe tatsächlich mal mit einer gesprochen, die mir da auf derselben Schule war, insofern, ja, das ist... Was mit Domina Tugge? Nein, mit Ivanka Trump, aber andere wäre lustiger, ne, ja, aber... Ja, also das war aber auch schön gemacht, also da gab es ja dann diesen Saal, in dem die alle saßen, dann auch der Name da drunter, wer für was zuständig ist und so. Das war schon gut gemacht für diejenigen, die halt die noch gar nicht kennen groß. Also ich habe das schon mal, wenn ich den Marvel-Mittwoch gegengelesen habe, habe ich schon mal die Tugge Corporation oder Domina Tugge gelesen. den Begriff, aber jetzt so was anfangen konnte ich mit denen jetzt nicht sehr, aber das war da eigentlich gut aufgegriffen. Lies die Afra-Reihe. Lies die Afra-Reihe, sie ist sehr gut. Jetzt weiß ich ja, was das ist. Trotzdem, lies die Afra-Reihe, sie ist sehr gut. Sie steht ja für den anderen Teil der Verbrechenswelt, sag ich mal, den legalen Teil, die Großkonzerne, die mit Macht und Schiebereien, sag ich mal, ihr Geld verdienen und nicht mit Schmuggeln und so weiter und so fort. Also insofern passt das sehr schön. Die Leute, über die DJ in The Last Jedi so ein bisschen lästert, die Kriegsgewinnler, die da so ein bisschen dann auch für die Unterdrücker arbeiten. Genau, und das ist ja dann auch... Ich glaube auch, dass die Tugge sogar in den Afra-Comics mehrmals auf Canto Bight auch mit Hauptquartieren und so auftauchen oder Sitzungsdien. Also die sind direkt mit Canto Bight verknüpft worden schon. Macht ja auch Sinn. Aber genau, also das ist ja dann auch am Ende. Also Busch und seine Kollegen wurden ja von Uber 4 verbannt, weil sie irgendwas Schlimmes getan haben und können da eigentlich nicht zurück. Und Dominant Tage sagt dann, hey, wir haben zwar gerade versucht, uns alle umzubringen und einer meiner Verwandten war auch ein Verräter, aber wenn ihr mir jetzt helft, da zu sagen, wer euer Auftraggeber ist, dann gebe ich euch mehr Credits, 300.000 und ihr dürft sogar dahin zurückkehren. Ich habe ja Kontakte und das nehmen die dann an und dann endet quasi das Ding. Aber dann kann man vielleicht auch gucken, ob vielleicht in Crimson Rain da auch vielleicht ein bisschen was noch mitkommt mit den Tagges und Crimson Dawn. Muss ja, den Leia muss ja an seinen Helm rankommen. Ja gut, die Geschichte ist ja glaube ich schon erzählt. Genau, Destiny of Force oder wie diese kleinen Comics. Forces of Destiny und auch glaube ich der Age of Rebellion in One-Shot glaube ich auch hatte da mal was dazu. Da muss man gucken, wie das zusammenpasst. Aber ich erwarte die eigentlich nochmal im nächsten Block der Trilogie. Bestimmt in der Aphra-Reihe wieder. Ja. Fände ich schön auf jeden Fall. Ja, würde passen. Aber die Geschichten oder die Typen sind sehr interessant. Also man eben nicht so diese hartherzigen Verbrecher aus Überzeugung sind, sondern Verbrecher aus Not sag ich mal. Ja oder Kopfgeldjäger aus Not. Und auch so ein bisschen Personenkult so im Busch und so. Ganz witzig. Ja, so leichte Anklänge auch von Mandalorian kamen da ja auch so. Ich hoffe da noch mehr zu sehen. Hat er auch nie ihre Gesichter gesehen, also auch in der Bar, wo die alle essen und so. Ist ja immer unterhalb des Halses quasi nur gezeigt worden. Genau. Also sehr mysteriöse. Sehr schöne Panel-Ausschnitte, die Seite. Ja. Genau, dann kommen wir zum Philosophen der One-Shots beziehungsweise dem eher der Selbstfindung eines Druiden. Also RB919 redet drüber, was er alles tut und dass er IG repariert und dann wird er von ihm umgebracht, weil er seine Aufgabe quasi erledigt hat. Also er hat ein bisschen beim Programmieren geschlampt und hat dann nicht aufgepasst, dass er das vielleicht nicht gerade dem Druiden sagt, dass er alles, was keinen Nutzen mehr hat, umbringen soll. Genau. Das war ja in dem Chip drin, den er ihm eingebaut hat. Das ist ja kein Fehler von ihm gewesen. Er hat es nur nicht gewusst, was er da ein hat. Und er handelte aber auch im Auftrag von DEWA und ist da hingestellt. Das war auch wieder das Verbinden. Ach ja, und bei Bush stand es einfach irgendwie da, vor Cantina stand die. Irgendwie wollten gar nichts mit ihr zu tun haben. Genau. Da stand es einfach. Völlig überflüssig. Hauptsache, sie war halt in jedem One-Shot mal kurz zu sehen. Genau. Und genau, also bei IG88, das war halt wirklich so, da gab es, glaube ich, gab es da doch ganz kurz, als Boba auf ihn trifft, da gab es mal Gespräch richtig. Ansonsten war es eher so aus dem Off quasi so drüber gesprochen. Ich glaube, man hat hier so ein bisschen durch The Mandalorian so ein bisschen die Idee gehabt, ach, so ein IG-88er, IG-Attentäter-Troiden, mal ein bisschen philosophische Story, läuft doch ganz gut mit denen. Hat er schon so ein bisschen angeklungen dadurch, finde ich. Ja. Und er hat sich jetzt quasi auf einen Schrottplatz zur Ruhe gesetzt und optimiert sich jetzt erst mal ein bisschen, oder? Er hat seine eigene Fehlbarkeit und seine eigene Unzulänglichkeit. ist für einen mit so einem Ego wie IG-88 schon sehr beachtlich gewesen. Ja, ich kenne ein paar Leute, die ich da auch mal gerne auf den Schrottplatz setzen würde. Kein Problem, keine Frage, ja. Ja, was ist denn so euer Fazit zu generell den One-Shots? Hätte man die jetzt in dem Crossover gebraucht, waren die jetzt besonders wichtig oder waren das so nette Ergänzungen? Weil die meisten stehen ja doch ein bisschen losgelöst, finde ich. Ich würde Busch behalten und den Rest in die Tonne. Ja, das könnte ich tatsächlich genauso unterschreiben. Also definitiv, man muss sie nicht gelesen haben. Bei Busch müssen wir mal sehen, wenn das noch eine Rolle spielt, dann vielleicht ja, aber der Rest war Deko und hat da irgendwo an irgendwas angeknüpft. Immerhin haben sie knapp an Geld kann man sich die sparen. Ja, aber im Kontext des Events haben sie immerhin es um ein paar Schauplätze bereichert und den Fokus einfach ein bisschen größer werden lassen. Also so abseits von allem, was auf Jakara los ist. Und immerhin bekam man mehr ein paar Kopfgeldjäger, sodass der Titel eine höhere Berechtigung bekam durch die One-Shots. Also ich fand's sehr ganz nett. Alright, dann kommen wir zu dem Allzeit, Allseits beliebten Mein Gott, ich fang nochmal von vorn an. Kommen wir zu der Allzeit beliebten Fragerunde des Lieblingsheftes, Schrägstrich Lieblingspanel sogar, bei dem ganzen Event. Wenn ihr euch jetzt irgendwas aussuchen müsstet, ich fang mal an, damit ihr kurz überlegen könnt. Ich hab direkt aufgeschrieben in Part 1 von der War of the Bounty an der Mini-Reihe, da als Kira quasi erklärt, warum jeder irgendwie ein Interesse an Han Solo hat und es da so diese Collage gibt aus allen Figuren, wie sie diese Einladung oder mitkriegen, dass es da eine Auktion geben wird. Die fand ich eigentlich ganz gut. Es gibt ja ein paar sehr starke Collagen in diesem Event. Aber wenn du schon so fragst, glaube ich, ich würde tatsächlich dieses Poster-Motiv letzten Endes wählen von Kira, die mit Vader so die Schwerter kreuzt. Also das fand ich ziemlich geil in Szene. Es sitzt auch in mehreren Heften, aber auch in War of the Bounty Hunter selber. einfach weil mir denkst du, das ist so, das ist genau das, was dieses Wishful-Filment an diesem Event so drin ist. Du hast irgendwie die Schülerin von Darth Maul, wenn du es überspitzt sagen willst, die mit Darth Vader die Klingen kreuzt und sie ist zugleich die ehemalige Geliebte von Han Solo. Diese ganzen aberwitzigen Verbindungen, die Star Wars auch da immer hat bei sowas auf den Punkt gebracht. Ich glaube, da ist nicht mal Boba Fett drin in diesem Panel und trotzdem fasst dieses Event irgendwie zusammen, finde ich. Also wenn ich ein einzelnes Panel daraus wählen sollte, würde ich das, wo Afra da dieses Artefakt von den Eskandans aktiviert oder wo es sich mit ihm verbindet. Das fand ich zwar ein ziemlich cooles Ding und von der Wichtigkeit her hätte ich gesagt, dass Star Wars 18 Heft, wo Leia und Kira zusammen treffen, war dann für mich das beste Einzelheft. Alle Hefte hatten so ihre Stärken und Schwächen, aber das war dann so insgesamt das Beste. Ja, absolut. Das finde ich ist für jeden Pflichtlektüre auch, wenn man gar nicht mag, wenn man ein bisschen Interesse an Kira auch als Figur hat. Und es wird auch schön die Handlung nochmal ganz kurz tatsächlich auch zusammengefasst von War of the Boundary und das dadurch, dass sie halt erklärt, was der Plan war. Also selbst wenn man da gar nicht so viel gelesen hat, kriegt man trotzdem mit, was mit dem Carbonitblock ist und warum alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Also wie gesagt, es ist eigentlich die perfekte Zusammenfassung. Ja, Lukas noch? Dürfte ziemlich witzig werden, wenn Han dann aufgetaucht wird und Leia ihm erzählt, was alles bei dem Event passiert ist und er hat nichts mitbekommen. Hey, I met your ex. Naja, ja, ich glaube, meine Lieblingshefte sind von der Miniserie selbst das erste und das letzte. Ja, weil eben, wie ich vorhin schon erwähnt habe, der Reveal um Kira bei mir ziemlich reingehauen hat und auch schön aufgebaut wurde. Das ist dann eben in der Mitte des FTCs, das ist Crimson Dawn. Ich glaube, da war es auch mir klar und deswegen war dieses Panel, wo die Einladung abgespielt wurde und eben dieser Name das erste Mal fiel. Ja, das hat ziemlich Eindruck bei mir hinterlassen. Und wenn man Wish Fulfillment hat, mir geht es mit Vader so ein bisschen so, also auch der Rogue One Tunnel Run ist bei mir ganz hoch im Kurs und deswegen im letzten Heft in der Nummer 5 als Vader auf der Brücke vom Hundenkreuzer steht und sein Lichtschwert anzündet, hatte ich überall Gänsehaut. Und deswegen, ja, ziemlich billiger Trick, aber bei mir funktioniert es. Ist ja auch ein Callback zu Rogue One, denke ich. Ja, bei mir hat es funktioniert, deswegen eins meiner Lieblingspanels. Alright, habt ihr gewisse Kritikpunkte, die ihr noch äußern müsst? Also, weiß ich, ob ihr schon genug... Nicht genug Boba Fett. Was? Nein, war nicht ernst gemeint. Ich wollte schon sagen, nicht genug Boba Fett, habe ich mich gehört? Nee, es wurde ja so ein bisschen angedeutet als das Comic Book of Boba Fett letzten Endes, ja, war es dann nicht. Der Witz, der ist nicht mal unbedingt auf meinem Mist gewachsen, muss ich dazu sagen. Es wurde, glaube ich, auch mal von den Machern so genannt, nach anderen Ankündigungen, glaube ich, nach von Charles Soule. Ja, Kritik ist zwar stellenweise ein bisschen zu viel, also die Vader-Reihe, ja, hättest du unbedingt nicht, nicht unbedingt davon als Teil gebraucht. Ich glaube auch inzwischen, dass es diese Vader-Reihe generell nicht mehr braucht und man den lieber in Auftritt, durch Auftritte in anderen Reihen weiter charakterisiert oder so. Kann weg. Sehr gut. Weniger zu rezensieren. Also, die Dr. Aphra-Reihe, die Dr. Aphra-Reihe hat dadurch echt noch mal ein bisschen gewonnen, denke ich, auch die Untertitel, also, wie heißt sie? Unterwelt. Unterwelt, so heißt das ganze Ding. Ich weiß nicht, ob man jetzt Titel im Kopf hat. Egal, die Unterwelt-Serien, also auch, nicht nur Aphra, sondern auch Kopfgeldjäger, die haben halt echt profitiert von diesem Event. Star Wars hatte ein paar nette Verknüpfungen dann ja mit Leia und auch, dass noch mal Lando und Lobot so ein bisschen in den Blick rücken konnten und ihr packt mit den Huten, der da noch so ein bisschen im Hintergrund. Aber letzten Endes sehe ich Vader, ja, nicht qualitativ, aber generell halt definitiv nicht als Gewinner dieses Events, als Reihe. Und Star Wars an sich jetzt auch nicht unbedingt, wobei diese letzte Ausgabe jetzt noch mal ausgerissen hat. Also, ich sehe es sehr ambivalent und ich freue mich, dass das Ganze jetzt ein bisschen wieder aneinander wegläuft. Ich bin mir sicher, in The Hidden Empire läuft es dann auch wieder zusammen, aber ich freue mich jetzt erst mal auf den Mittelteil Crimson Rain, die Aufarbeitung des Geschehenen in den Einzelreihen. Ja, da gleich eine kurze Frage eingebunden. Also, Crimson Rain wird jetzt eine Mini-Reihe werden wahrscheinlich, genauso wie jetzt hier War of the Bounty Hunters. Aber die Sammelbände zu den nächsten Ongoings, also Bounty Hunter, Vader, Star Wars und Aphra haben auch wieder diesen Untertitel bekommen, Crimson Rain. Also, es wird schon verknüpft sein, aber ich glaube nicht mehr so wie bei War of the Bounty Hunters, dass die alle auf dem selben Fleck sitzen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist halt dieses Lokale, was ich als Kritik auf jeden Fall hätte und was halt dann vor allem stark bei diesen ganzen Wiederholungen im Mittelteil rauskommt. Also, wo du quasi das eine Comic weglegst und die Handlung nochmal im anderen kriegst und ein bisschen mehr, was aber dann nicht so spannend ist wie die Haupthandlung. Also, gerade bei Vader war das halt der Fall und dann geht es aber wieder weiter mit der Haupthandlung und dann hast du wieder einen Aufgriff davon in Star Wars, zum Beispiel in der Star Wars Reihe. Also, es ging halt immer zu nur hin und her, man hätte glaube ich im Mittelteil lassen können, was das am Ende nur unnötig aufgebläht hat, weil man halt zu jedem Monat jedes Heft einmal erscheinen muss und jedes Heft aber auch seinen Beitrag dazu leisten muss und wenn man halt nur auf einem Planeten ist, ist halt der Raum oder der Platz schnell weg und das merkt man dann halt gerade im Mittelteil. Das wäre mein größter Kritikpunkt eigentlich. Wenn ich da bei Crimson Rain kurz einhaken darf, bei den Marvel-Superhelden war das in der Crossover-Geschichte auch immer mal wieder so, dass es Crossover-Events gab, also Storys, die dann ähnlich wie War of the Bounty Hunters eben in allen Reihen parallel spielten und Szenen sich doppelten und Ereignisse wichtig wurden und dann gab es aber auch so eine Art Status Quo immer als Verlagsinitiative, die dann auch mit einem Übertitel sich durch alle Reihen gezogen haben, ohne dass es eine zusammenhängende große Crossover-Story ist. Also da gab es zum Beispiel eines, das hieß Dark Rain, was ja jetzt auch wieder an Crimson Rain erinnert vom Titel und ja, richtig offiziell haben wir es ja noch nicht, aber für mich fühlt sich das Ganze so ein bisschen so an, als wäre War of the Bounty und das große Crossover gewesen und Crimson Rain jetzt der Übertitel für den aktuellen Status Quo, durch den sich jetzt die anderen Reihen bewegen. Leuchtet auf jeden Fall ein. Wobei ich aber schon das Gefühl habe, dass Afra da relativ stark mit dem Thema verbunden sein wird. Ja, die ich es jetzt zum Beispiel nicht gut fände, wenn es schon wieder einen aufeinander von Luke und Darth Raider geben würde. Das letzte war schon nicht gerade sehr zielführend. Die sollten wirklich mal andere Themen angehen. Ich glaube auch nicht, dass es, also ich glaube, in dem Fall ist es ja dann auch nicht mehr so zentral, weil Han Solo ist jetzt abgeliefert, der bleibt da jetzt und das heißt, da hat auch Vader kein richtiges Druckmittel mehr und ansonsten glaube ich, dass bei Crimson Rain da wenig Aufeinandertreffen von Vader und Luke passieren sollte. Inhaltlich sinnvoll zumindest nicht. Er hat ja jetzt mit Crimson Dawn auch erstmal genug zu tun, Vader. Gut, noch weitere Kritikpunkte. Ich habe noch aufgeschrieben, dass mich Orifos Ton nervt, aber das ist nichts Neues. Wen nervt er denn nicht? Eben. Soll er ja auch so ein bisschen. Das ist ja dann nicht das Problem dabei. Also ich glaube, der ist ja angelegt einfach als so eine nervige, tiefe Leckerfigur. Also der ist ja deswegen aber auch bei manchen Leuten tatsächlich auch beliebt, die halt so meinen, ja, es ist halt so ein Trottel und die mögen das. Okay, meinetwegen. Was braucht. Ich denke, der war noch so ein Überbleibsel aus der Exacol Handlungsbogen. Jetzt konnte man ihn nicht einfach gleich wieder loswerden, weil er ja später Konnte man schon, aber... Ja, da konnte ich nicht zu Schaschleck verarbeiten, denn er hat ja später noch wieder seine Auftritte. Aber das war so ein bisschen Ungluss. War ja auch sehr viel von diesen Seiten-Quests, wo er dann irgendwo gegen die wieder gekämpft hat und gegen die wieder gekämpft hat. Also ich habe ein paar Freunde, die sich jetzt wirklich daran stoßen würden, was du über Ogi sagst. Vader ist ja sowieso so die Resterampe des Star Wars-Universums. Also da bleiben die Überreste von Episode 9 da. Das wäre der Titel, wenn wir jemals die Vader-Reihe für den Podcast behandeln, die Resterampe. Dann bleibt Ori hängen von Exacol, was aber eigentlich aus Episode 9 hängen geblieben ist. Also da bleibt immer mehr hängen. Also das ist jetzt nicht so, weiß nicht. Also ja, ich würde auch Florian tatsächlich zustimmen, jetzt auch nicht so ironisch, wie ich es vielleicht vorhin gemeint habe, dass es wirklich reicht. Also Vader ist cool, aber ich glaube, er kommt als ab und zu auftretender Antagonist in anderen Reihen besser zur Geltung als in seiner eigenen mittlerweile. Also in War of the Bounty Hunters war er zum Beispiel in der Hauptreihe, also in dieser Mini-Reihe zu War of the Bounty Hunters hat er mir mehr gefallen als in seiner eigenen Reihe. Da war er ja auch teilweise nur noch Nebenfigur, das ist ja das. Da ging es immer zu um Oribum Vistone und um Sly Moore und um irgendeinen Grim, äh, um Barharat und also das ging ja gar nicht so richtig um ihn und da muss man sich halt auch mal den Mut haben, dass man halt nicht mehr Darth Vader aufs Cover klatscht. Muss halt den Schritt gehen, aber ich glaube, das wird nicht gefallen. Eben, also ich, dann gehen halt die Verkaufszahlen nach unten, wenn ich Oribum Vistone Reihe mache und nicht Darth Vader Reihe oder die Slime War Reihe. Also das ist halt das Problem. Aber gut, das Problem löst sich ja mit Episode 6 dann zum Glück von selbst. Von daher, schauen wir mal. Vielleicht gibt es dann eine Flashback-Reihe mit Vader, wo er noch so ein paar Lücken stopft, die dann nachher Ja, hatten wir ja schon mit dieser Dark Visions Reihe. Ja, und Vaders Festung und so, obwohl da geht es eher um die Festung und so Horrorsachen, da ist nicht immer Vader involviert. Ja, da ist eher nur dieses Setting bei Vaders Castle, also würde ich jetzt nicht als eine Darth Vader Reihe bezeichnen im engen Sinne. Alright, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu einem Fazit über. Was wäre jetzt... Hat meins eigentlich schon geliefert. Das fasst du bestimmt nochmal super prägnant für uns in einem Satz zusammen gleich. Erstmal die Frage, ist es überall ein gelungenes Crossover, also gerade so jetzt mit der Crossover-Erfahrung. Lukas hat ja gesagt, er war begeistert eigentlich davon, also scheinbar ja. Und was könnte man noch verbessern? Also jetzt so grobe Verbesserungsvorschläge. Gut, verbessern auf jeden Fall, dass man nicht jede Reihe reinzieht. Also wie gesagt, die Vader Reihe hätte auch einfach nur lose Berührpunkte haben können und den gar nicht auf den Plan rufen müssen. Das hätte glaube ich... Ja, aber... Also wie groß muss das Crossover sein? Das ist so letzten Endes bei dem Ganzen. Er hat nicht von Mai bis Oktober quasi ab dem Fixpunkt bis dem Fixpunkt jede monatliche Reihe da rein. Also zum Beispiel jetzt Vader hätte man ja irgendwie zwei Monate später in den War of the Bound anders starten lassen. Das ist ja auch eine gängige Kritik von den Marvel... an den Marvel Crossovern, dass die letzten Endes die Handlung von deinen Lieblingsreihen, sag ich mal, über Monate hinweg hijacken. Und wenn du Glück hast und deine Reihe relevanter ist für das Thema des Crossovers, ja, keine Ahnung, wenn du jetzt Civil War eben hast und meinetwegen eine Iron Man Reihen schreibst oder sowas, ja, oder jetzt hier eben Unterweltreihen, Aphra und Bounty Hunter schreibst, dann kannst du den im Unterweltkrieg hier vielleicht mehr abgewinnen, als wenn du die Star Wars Reihe oder die Vader Reihe... Das ist halt immer so die Frage, wie fügt sich das ein und wer gewinnt da oder wer profitiert wirklich davon und wer ist nur aus Marketingzwecken dabei? Dabei sein mussten sie alle, sag ich mal, für so ein Event. Dafür hat schon 15 Dorn gesorgt, aber man hat jetzt die die Kürze halten können. Ja, ich habe so ein bisschen Sorgen geben, wegen dieser fünf Monate und alle Serien sind geblockt. Wenn wir das jetzt noch zweimal im nächsten Jahr haben, ehe dann Episode 6 kommt und der nächste Restart, das kann etwas strapaziös werden. Also ich fand, ich fand das Crossover gut, ich habe es wirklich gern gelesen, muss ich wirklich sagen, auch wenn das eine oder andere Heft mal nicht so ganz nach meinem Geschmack war, aber das jetzt als neuen Standard zu erheben, den wir dann anderthalb Jahre hintereinander nur Crossover zu Crossover haben, das wird mich ein bisschen langweilen, vor allem, weil man dann auch sehr stark merkt eben, dass es in der Comic-Welt im Augenblick nur The High Republic und was passiert zwischen 5 und 6 im Prinzip abarbeitet. Wir haben keine Serien mehr wie Poe Dameron oder Darth Maul oder sonst was, was wir so alles hatten, die mal ein bisschen vorn und hinten was ergänzt haben. Es ist zwei Blöcke und das kann dann irgendwann langweilig werden. Definitiv, ich wünsche mir da auch mehr Diversität in den Ähren und so. Auch als großer High Republic Fan, ja, es sollte nicht alles High Republic sein, auch als jemand, der zumindest Aphra oder Bounty an das was abgewinnen kann, das muss nicht alles in dieser Ära spielen. Diese neue Halcyon Legacy-Reihe da, diese Miniserie wird vielleicht mal die ein oder andere Ära auch nochmal besuchen, aber letzten Endes ist es dann doch wieder Werbebroschüre für den Galactic Star Cruiser. Da muss noch was anderes kommen, also die Po-Reihe vermisse ich doch sehr, die war gut. Aber es gibt doch einen Live-Day-One-Shot, was wollt ihr mehr? Tatsächlich den nehme ich auch, ist ein bisschen vielleicht nicht so das Mainstream-Konzept, aber wird bestimmt witzig, schauen wir mal. Lukas, dein Fazit noch, so overall? Ja, also wie gesagt, mir hat es eigentlich gefallen, wobei man aber auch sagen muss, dass ich früher, als ich bei den Marvel-Superhelden-Comics eingestiegen bin, so vor zehn Jahren immer ein ziemlicher Fan von diesen großen Crossovern waren, weil es halt auch das einzige Mal war, immer in den Geschichten, dass es sich anfühlte, als ging es um was. Ja, und es halt mal ziemlich erfrischend war, dieses große Konzept auf Star Wars umgemünzt zu haben. Ja, aber an sich natürlich hätte man es verknappen können und zum Beispiel wie bei Vader Down damals ein Heft, ein Special Heft, was das Ganze loskickt, ein Special Heft, was das Ganze beendet und dann eben die Hauptgeschichte, anstatt sie immer wieder aus verschiedenen Perspektiven gleich zu erleben, mal nur in den eigenen Reihen dann erzählt zu bekommen, für die sie halt dann relevant sind. Also, dass man vielleicht die Miniserie auf zwei Specials runtergebrochen hätte und dann das Ganze nur drei Monate statt fünf, sechs laufen zu lassen. Also, das Ganze ein bisschen zu entschlacken. Und ansonsten, ja, wir wissen, das war nur das erste Drittel. Es kommt noch Crimson Rain und Hidden Empire und zwischen Episode fünf und sechs ist eben nicht viel Zeit. Also, mal schauen, wie aufgeblasen es dann letzten Endes wirkt. Und ich frage mich halt, ob man dann auch als Gesamtfazit so eine Art kanonisches Shadows of the Empire aus diesen drei Crossovern sehen kann, mit eben Kira und Crimson Dawn statt Prinz Caesar und der schwarzen Sonne. Ich bin ja nicht so Legends bewandert. Aber ich glaube, da war in Shadows of the Empire ja der Hauptfokus drauf, das Imperium und die Unterwelt. Und das haben wir eben jetzt hier wieder, nur eben im Kanon. Wobei das auch ein bisschen wahrscheinlich schon die Welt für nach Episode sechs ebnen soll, wo ja die Verbrecher-Syndikate durchaus eine wichtige Rolle spielen werden, bei dem, was dann nach dem Zusammenbruch des Imperiums kommt. Das haben wir ja auch in dem Spiel schon gesehen. Zumindest im Rand, ja. Da ist halt auch die Frage, inwieweit dann so vielleicht, also es kommt dann natürlich auf den Ausgang dieser Trilogie an, aber inwieweit dann Kira auch vielleicht in so einem Mandalorian oder Book of Boba Fett eine Rolle spielen könnte als Unterwelt spielen. Ja, ihr Schicksal wird auf jeden Fall wegweisend sein. Ich glaube auch nicht, dass sie sie irgendwie sterben lassen oder so. Würde mich doch sehr überraschen und auch ein bisschen betrüben letzten Endes, denn normalerweise bin ich ja dafür, dass Live-Action-Figuren auch in Comics oder Romanen ein wichtiges Lebenskapitel oder auch ihr letztes Lebenskapitel erleben dürfen. Aber bei so einer Figur eben, bei ihr wünsche ich es mir dann doch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen egoistisch doch, dass sie nochmal zurückkehrt. Einfach weil ich Emilia Clark auch mehr von ihr in Star Wars sehen wird. Okay, als Abschlussrunde eine Frage noch. Jeder, ein Wunsch, was ihr unbedingt in Crimson Rain sehen wollt. Da können wir nämlich dann wieder zurückkommen, wenn wir über die Reihe sprechen und gucken, ob sie... Also, was darf es sein? Wer hat noch nicht? Was muss Eugermann noch um in den Rain zu sehen sein, passieren und so weiter? Ich würde ein bisschen mehr über Deathstick erfahren, auch so, weil, wie gesagt, dass sie eben so eine obskure Figur war in einem Videospiel, Handyspiel auch, das es auch inzwischen lang nicht mehr gibt. Ansonsten mehr Kira auf jeden Fall, weniger Bober. Bei weniger Bober gehe ich voll mit. Ich hoffe mir mehr über den Zustand der Galaxie, insbesondere zwischen den Konzernen und den Verbrechersyndikaten, wie sich das jetzt neu ordnet, zu erfahren. Und Kira wäre wichtig, hoffe ich auch. dass wir die auch nach Episode 7 noch weiter, 6 noch weiter sehen werden. Wollte sich anbieten. Ja, schließe ich mich auf jeden Fall an. Und ich glaube, dass Suhl auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen wird, uns mehr von den Rittern von Ren jetzt zu zeigen und zu erzählen. Also mehr, als er damals bei Aufstieg Kylo Ren machen konnte. Und wir sehen da ja auch Ritter von Ren, die wir dann in der Miniserie, die er 20 Jahre später spielt, nicht gesehen haben. Also hoffe ich, dass wir da nochmal schöne Personalwechsel durch Todesfälle möglicherweise sehen werden. Ja, Vader gegen die Ritter von Ren. Das wäre sowas, das will einfach der Vader-Fanboy in mir sehen. Und es wäre einfach schön, wenn man die Gelegenheit nutzt, die man jetzt hat. Ja, ein bisschen mehr Kontext da als Fan von Rise of Kylo Ren wäre bestimmt auch ganz cool. Könnte ich mich anschließen. Und ansonsten, wow, ich meine, Crimson Rain, so ein bisschen mehr das, wie nennt man das Politische der Unterwelt. Also so, irgendwie sich mal mit anderen Verbrechersyndikaten jetzt mehr als sie zur Auktion einzuladen und dann am Rand stehen zu lassen in dem Crossover jetzt. Da waren sie ja nicht mehr als Nebenrollen, da haben sich die Pikes mal ein bisschen unterhalten, dass man denen nicht trauen kann und so. Aber mehr war es ja nicht, dass dann vielleicht ein bisschen mehr Interaktion da einfach ist. so nach dem Motto. Ja, da hat ja auch, glaube ich, die Bounty Hunters-Reihe mit Cadillia noch eine Figur, die wohl in dieser Unterwelt irgendwie ein Thronerbin quasi von zwei Syndikaten wäre. Ja, also da gibt es schon so ein paar Sachen, wo die Unterwelt noch ein bisschen pullt. Afra hat ja auch den Daten-Kristall geknackt, den sie geklaut haben. Also da denke ich, wird schon einiges kommen. Dann schauen wir mal, ob das so ist. Ich würde sagen, das war alles, was wir zu The Boat of the Bound und das heute loswerden wollten. Ich bedanke mich bei euch fürs Dabeisein und bei unseren verehrten Zuhörern fürs Zuhören und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Podcast wieder ein, wenn wir über, das können wir heute schon sagen, weil der ist ja eigentlich schon fast geplant, über A Thrawn sprechen, den letzten Thrawn-Roman. Also den letzten, der noch die Ascendancy, Lesser, Evil. Ja. Ein sehr langer und hoffentlich spannender Roman. Also schaltet er wieder ein. Der längste Thrawn-Roman bis heute. Da wird es einiges zu besprechen geben, wieder wie immer mit Ines und Janina und ich hoffe, da hören wir uns wieder. Bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ciao.